Musik Geisterjäger John Sinclair Band 1700 Hüter der Apokalypse Erster Teil Heimlich waren die Männer aus den verschiedenen Ländern gekommen. Und hatten sich in der Einsamkeit der Berge getroffen. Versteckt in einem tiefen Tal, wo das Gebäude stand, das einer gläsernen Pyramide glich. Die Männer trugen dunkle Kutten und hatten die Kapuzen über ihren Kopf gezogen, sodass nur ihre Gesichter freilagen. Sie sahen einander, sprachen aber kein Wort, denn die Übereinstimmung war vorhanden. Sie schritten auf den Eingang der Pyramide zu und betraten sie schweigend. Vor ihnen lag der gläserne Boden, über dem sie zu schweben schienen. Bis zu einer bestimmten Stelle gingen sie vor und bildeten einen Kreis, bevor sie stehenblieben. Sie warteten auf das, was geschehen würde. Die Zeit spielte keine Rolle für sie. Sie standen da, sie schauten nach vorn und zugleich ins Leere. Außerhalb der Pyramide wurde es allmählich dunkel, und diese Dunkelheit hätte auch durch die gläsernen Wände ins Innere des Treffpunkts dringen müssen. Das war nicht der Fall, denn die Pyramide war in der Lage, dem etwas entgegenzusetzen. In ihr gab es etwas, das sich gegen die Dunkelheit wehrte und das immer stärker zum Vorschein trat, je finsterer es im Tal wurde. Es war eine ungewöhnliche Helligkeit, die sich dort ausbreitete. Und es war auch nicht genau zu erkennen, wo dieser Schein seinen Ursprung hatte. Das konnte in der Pyramide sein, aber auch außerhalb. Eine gewaltige Kugel war geschaffen worden, die aussah wie das Abbild der Welt oder eines anderen Planeten. Ein fahles Licht breitete sich in diesem Kreis aus. Ein fremder Mond, der aus dem All auf die Erde gestürzt war, um ihr einen Besuch abzustatten. Und der Mann, der plötzlich auftauchte, schien aus dem fremden Planeten gestiegen zu sein. Zuerst malte er sich in der Helligkeit wie ein Schatten ab. Aber dieser Schatten wanderte. Er verließ die Helligkeit und näherte sich denen, die bereits auf ihn warteten. Ohne ein Wort zu sagen, ging er auf den Kreis der Wartenden zu. Man schuf eine Lücke, durch die er gehen konnte, um das neue Ziel zu erreichen. Es war ein Podest, rund wie ein Vollmond. Der Ankömmling trat dicht heran, hob das rechte Bein an und stieg auf diesen Platz, um von den Wartenden besser gesehen zu werden. Die Männer bewegten sich noch immer nicht. Sie hatten nur ihre Köpfe angehoben und warteten gespannt darauf, was ihnen der Ankömmling zu sagen hatte. Auch er trug eine Kutte, aber sein Kopf lag frei. So war er für alle deutlich zu sehen. Ein gleicher Schädel ohne Haare, aber mit funkelnden Augen und einem breiten Mund. Aus ihm klangen die Worte, die leise waren, aber doch so laut, dass sie verstanden wurden. Wir haben uns hier zusammengefunden, um die Zukunft zu bestimmen. Wir sind die letzten Geheimnisträger des Blutes. Was uns damals nicht gelang, werden wir nun ändern und richtigstellen können. Wir werden die Welt aufhorchen lassen, wenn es soweit ist. Noch sind wir ein geheimer Bund, doch dies wird nicht mehr lange so bleiben. Dann wird die Welt von uns erfahren. Ja, von uns. Von den Hütern der Apokalypse. Vergangenheit Der Gefechtslärm war verstummt. Zumindest für die nächsten Stunden. Die Dunkelheit lag wie ein schwarzer Vorhang über dem Land. Es roch nach Staub, nach Schweiß und nach Blut. Aus einem der Zelte waren die Schreie und das Stöhnen der Verletzten zu hören, denn der letzte Kampf hatte sich hingezogen und auf beiden Seiten viele Opfer gekostet. Aber das Heilige Land war besetzt worden. Die Kreuzritter hatten es geschafft. Nicht wenige von ihnen hatten auf dem langen Weg ihr Leben verloren. Diejenigen aber, die es geschafft hatten, konnten sich als Sieger fühlen, obwohl die Kämpfe noch nicht vorbei waren. Die Truppen um Sultan Saladin waren nicht vernichtet, sondern nur in die Flucht geschlagen worden. Sie würden sich wieder sammeln und einen erneuten Angriff starten. Das Heilige Land war besetzt, die heilige Stadt Jerusalem ebenfalls. Am Rande dieser Stadt hatten die Kreuzritter ihr Lager aufgeschlagen. Es war weithin sichtbar, denn gegen die tiefe Dunkelheit kämpften die Fackeln an. Morgen würde ein weiterer Schritt nach vorn getan werden. Dann würden sich die Ritter und ihre Verbündeten durch die Hügel von Golgatha kämpfen, um den Berg zu besetzen. Ein zweiter großer Sieg und auch die Fahne der Templer würde dort gehisst werden, denn der Anführer der Gruppe war ein Templer. Er hieß Godwin de Salier. Ein Mann ohne Furcht. Einer, der die Ungläubigen hasste und immer davon träumte, ihrem Anführer, dem Sultan Saladin, gegenüberzustehen. Der Angriff auf Golgatha sollte dafür sorgen. Die Ungläubigen mussten aus der Reserve gelockt werden, und Saladin sollte sich ebenfalls zum Kampf Mann gegen Mann stellen. Das hoffte de Salier. Und er hoffte auch, auf dem Berg etwas Bestimmtes zu finden. Etwas Heiliges. Ein Zeugnis dafür, dass der Erlöser auf diesem Hügel gestorben war. Es war etwas Besonderes. Es durfte nicht in die Hände der Heiden fallen, es musste ins Abendland gebracht werden, und nur daran dachte de Salier. Er saß in seinem Zelt. Er schmeckte den Staub. Er sah das Flackern der Feuer, wenn er durch den Spalt schaute, der die Öffnung darstellte. Er hatte allein sein wollen. Nur seine Boten, die er ausgeschickt hatte, um das Gelände zu erkunden, durften ihn stören. Andere Krieger nicht. Der Kampf lag seit einigen Stunden hinter ihm. Die Toten waren in der harten Erde begraben worden. Gern hätten sie Holz gehabt, um die Kreuze auf ihre Gräber zu stellen, aber das war leider nicht möglich gewesen. Und so mussten die Kämpfer weiterhin namenlos in der unheiligen Erde liegen. Nach dem großen Sieg würden sie versuchen, dies zu ändern, und de Salier glaubte fest daran, dass es zu schaffen war. Er hatte Glück gehabt, dass er unversehrt geblieben war. Er hatte sich in das Kampfgetümmel gestürzt. Er war an der Spitze seiner Männer gewesen. Sein Schwert hatte eine blutige Gasse in die Reihen der Angreifer geschlagen. De Salier war für seine Verbündeten aus dem Abendland das große Beispiel gewesen. Durch seine Taten hatte er die anderen angespornt, und jetzt hatten sie die Gegend um den Hügel besetzt. Niemand würde es schaffen, durch ihre Reihen nach Golgatha zu gelangen. Sie wollten die Ersten sein. Und sie hätten es schon längst probiert, aber die Dunkelheit hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gottwin de Salier saß auf einem kleinen Hocker. Zwei Holzstützen waren mit einer Lederhaut verbunden. So konnte er sich ausruhen und dabei nachdenken. Er fühlte sich zerschlagen, aber das Nachdenken über das, was vor ihm lag, sorgte dafür, dass seine Augen nicht zufielen. Die Gedanken drehten sich ständig um den nächsten Tag, an dem sie eines ihrer großen Ziele erreichen würden. Hin und wieder hob er den mit Wasser gefüllten Ziegenschlauch an und trank einen Schluck. Das Wasser war nicht mehr als eine lauwarme Brühe. Kaltes, das ihn erfrischte, hatte er lange nicht mehr getrunken. Der Weg ins Heilige Land war hin und wieder zu einem Höllentrip geworden, und das würde auch so bleiben. Für Gott und den Papst würden sie kämpfen. Das Abendland musste gerettet werden. Erst wenn das Heilige Land unter ihrer Kontrolle stand, war das möglich. Dessalier war müde. Trotzdem konnte er keinen Schlaf finden. Er saß auf seinem Hocker und starrte dumpf vor sich hin. Er dachte darüber nach, ob er und seine Getreuen alles richtig gemacht hatten. Godwin zweifelte daran, denn es hatte einfach zu viele Tote unter ihnen gegeben, und auch die Verwundeten fielen für die nächsten Kämpfe aus. Nur die wenigsten würden überleben. Da kannte er sich aus. Für ihn war es schon ein Wunder, dass es ihn nicht erwischt hatte, aber der Allmächtige schien seine schützende Hand über ihn gehalten zu haben, weil er noch viel mit ihm vorhatte. Wieder hob er den mit Wasser gefüllten Ziegenschlauch an. Das gluckernde Geräusch darin verriet ihm, dass sich nicht mehr viel Wasser in diesem Behältnis befand. Überhaupt war Wasser ein großes Problem. Die Ungläubigen hatten viele Brunnen verschüttet oder auch vergiftet. So mussten die wenigen, die ihnen bekannt waren, bewacht werden. Unter der Zeltplane war es stickig. Auch in der Nacht war es kaum abgekühlt. Das würde erst in den Morgenstunden eintreten. Jetzt lag die Hitze des Tages noch wie eine Glocke über allem. Seinen Brustpanzer hatte Godwin abgelegt. So konnte er sich besser bewegen und als er aufstand, da spürte er, dass die übrige Kleidung an seinem Körper klebte. Er strich über sein Gesicht. Auch dort lag der kalte Schweiß. Godwin sehnte sich nach einem Bart. Da war er nicht der Einzige. Aber in einem mit Wasser gefüllten Zuber zu steigen, davon konnten sie nur träumen und hoffen, dass es bald besser werden würde. Der Templer erhob sich. Deutlich malte sich das rote Templerkreuz vor seiner Brust ab. Es war ihr Zeichen. Unter diesem Kreuz kämpften sie, ihm waren sie treu ergeben. Desalier verließ sein Zelt. Draußen war es etwas kühler. Es tat ihm gut, dass ein leichter Wind gegen sein Gesicht fuhr. Er schaute sich um und sah die wenigen Feuer, die im Lager noch brannten. Zwischen ihnen lagen seine Männer und schliefen. Andere wiederum hielten Wache außerhalb der Feuer. Er war froh, dass sie noch keinen Feind gemeldet hatten, der sich in der Dunkelheit anschlich. Der Templer ging langsam weiter. Schritt für Schritt drehte er seine Runde. Er kam dem Zelt mit den Verletzten immer näher, und auch deren Stöhnen wurde lauter. Er hatte versucht, ihnen Trost zuzusprechen. Ob es etwas gebracht hatte, wusste er nicht. Sie würden morgen im Lager bleiben und nicht am Angriff teilnehmen. Golgatha war das Ziel. Gottwin war jetzt davon überzeugt, dass sie es schaffen konnten. Danach würde ihr Weg wieder zurück in die heilige Stadt führen. Auf dem Jerusalemer Tempelberg hatte der Templerorden sein erstes Hauptquartier errichtet. Dort war die Sicherheit größer, und genau da wartete man auf Dessalier und seine Krieger. Sie alle hatten etwas versprochen, und es musste eingehalten werden. Dessalier betrat das Zelt mit den Verletzten. Das Stöhnen und Jammern steigerte sich. Er sah einen Mönch, der neben einem Verletzten kniete, ein letztes Gebet für ihn sprach und ihm dann die Augen schloss. Es war noch ein junger Mann. Seine Eltern würden um ihn weinen, aber er hatte unbedingt an diesem Kreuzzug teilnehmen wollen. Der Mönch richtete sich auf. Er sah den Blick des Anführers auf sich gerichtet und hörte dessen Frage. Wie sieht es aus? Wieder ein Toter. Gottwin nickte. Ja, der Himmel meint es nicht gut mit uns, das muss man leider sagen. Nein, nein, der Mönch hob beide Hände. Du darfst nicht zweifeln, Templer. Der Herr weiß schon, was er tut. Der Weg zum Sieg kostet eben viele Opfer, und sie sind in seinem Namen vollbracht worden. Sie werden die Glückseligkeit des Himmels erleben, auf die wir alle hoffen. Wer für ihn kämpft, erhält das ewige Leben. Gottwin lächelte säuerlich und ging weiter. Er bewegte sich durch das große Zelt mit den Verwundeten, schaute sich jeden an und sah in den meisten Augen den Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Trotzdem sprach er ihnen Trost zu und kam sich vor wie ein Lügner. Er sah die blutigen Verbände auf dem Boden liegen und schaute dann zu, wie zwei Männer den zuletzt Gestorbenen aus dem Zelt trugen, um ihn auf den kleinen Friedhof zu bringen, wo er sein Grab finden würde. Dessalier hatte gewusst, dass es nicht leicht werden würde, doch dass der Tod auch so stark unter ihnen zuschlagen würde, damit hatte er nicht gerechnet. Golgatha war wichtig. Auf diesem Berg war der Erlöser unter großen Qualen für die Menschheit gestorben und hatte dort ein Geheimnis hinterlassen, das für diejenigen bestimmt war, die seine Nachfolge antraten. Er verließ das Zelt mit der stickigen Luft wieder. Im Freien atmete er kräftig durch. Jetzt kam ihm diese Luft beinahe wie Balsam vor. Hier roch es nicht mehr nach Blut und vereiterten Wunden. Jeder, der mit Godwin de Sallier unterwegs war, musste mit dem Tod rechnen. Aber jeder wusste auch, dass sie für eine gerechte Sache starben. Alles andere zählte nicht. Und doch war die Angst vor dem Tod da. Sie waren weder Heilige noch Märtyrer, die den Tod mit offenen Armen empfingen, aber sie hatten ihre Aufgabe und sie hofften, dass der Himmel sie beschützen würde. Dessalier überlegte, ob er sich auch hinlegen sollte. Ein wenig Schlaf konnte nicht schaden. Schlaf und klares, kühles Wasser waren das, was er am meisten vermisste. Aber das Vorhaben in einigen Stunden sorgte dafür, dass er innerlich so angespannt war. Da konnte er keinesfalls an Schlaf denken. Und deshalb ging er auch nicht zurück in sein Zelt, sondern begab sich dorthin, wo er die Wachen postiert hatte. Sie sollten die Augen offen halten und die melden, wenn irgendwelche Feinde anschlichen. Sie standen immer zu zweit. Wenn einer von ihnen hinterrücks überfallen wurde, war der Zweite noch in der Lage, eine Meldung abzugeben. Die Wachen standen am Rand des Lagers. Sie hatten dort einen Kreis gebildet. Bevor sie ihre Aufgabe übernahmen, hatte Gott wie in ihnen einen tiefen Schlaf befohlen und dem waren sie auch nachgekommen. So fand er jetzt keinen Mann vor, der schlief. Habt ihr etwas gesehen? Nein, es ist alles ruhig, keine Fackeln, keine Stimmen oder andere Geräusche. Das ist gut. Ja, sie trauen sich nicht, in der Dunkelheit anzugreifen, weil sie wissen, dass wir wachsam sind. Und so soll es auch bleiben, erklärte Gottwin, bevor er seinen Weg fortsetzte. Der Untergrund war hart und von einer feinen Sandschicht bedeckt. Der Himmel zeigte ein tiefes Blau, in das sich graue Farbtöne mischten. Wolken waren so gut wie keine vorhanden. Deshalb zeichneten sich auch die Gestirne ab und es war der Halbmond zu sehen, der aussah, als wäre er scharf gezeichnet worden. Die wenige Vegetation war nicht zu erkennen. Sie bestand sowieso nur aus trockenen Büschen, denn jegliches Grün fehlte in dieser öden Landschaft. Im Winter sah es wohl anders aus oder in der kurzen Zeit des Frühlings, aber jetzt, im Sommer, war die Gegend zu einer einzigen Wüste geworden. Der Gang hatte Dessalier gut getan. Er war zufriedener geworden, denn er wusste jetzt, dass er sich auf seine Männer verlassen konnte. Für ihn war es ein gutes Omen für die nächsten Tage, wo sie endlich Klarheit haben würden. Der Templer machte kehrt. Ihm war nicht mehr so schwer ums Herz, als er zurück zu seinem Zelt ging, wo er den Rest der Nacht verbringen wollte. Darauf musste er zunächst verzichten, denn hinter sich hörte er Stimmen. Es waren seine drei Späher, die von ihrem gefährlichen Auftrag zurückkehrten. Godwins Herz schlug plötzlich schneller. Die Haut in seinem Gesicht spannte sich. Er erwartete die Männer, die auf dem direkten Weg zu ihm waren. Sie sahen erschöpft aus, aber sie konnten lächeln, was Godwin Hoffnung gab. Ist euch etwas passiert? fragte er. Nein, wir sind unverletzt. Das ist gut. Und was habt ihr herausgefunden? Die Antwort gab ein Mann, der in seiner Heimat als Küfer arbeitete. Wir haben sie gesehen, oder Reste von ihnen. Sie haben sich weit zurückgezogen. Jenseits des Kindrontals sitzen sie und lecken ihre Wunden. Die Nachricht erfreute Godwin. Er nickte und fragte, dann werden wir mit einer ruhigen Nacht rechnen können. Ja, sie werden nicht angreifen, sie sind zu erschöpft. Wir waren besser. Es tut gut, dies zu hören. Deshalb möchte ich, dass ihr euch jetzt Schlaf gönnt, denn es bleibt bei unserem Plan. In wenigen Stunden werden wir aufbrechen, um den Hügel zu erobern. Für Gott und den Papst. Ja, für die ganze Christenheit und für die Rettung des Heiligen Landes. Mehr musste Godwin de Salier nicht sagen. Er drehte sich um und betrat wenig später sein Zelt. Zwar war er innerlich nicht völlig ruhig geworden, aber er war so zufrieden, dass es ihm gelingen würde, einzuschlafen. Ruhe war auch für ihn wichtig, denn der nächste Tag konnte zur Hölle werden. Siegen. Immer wollten sie siegen. Bisher war es den Kreuzrittern gelungen, aber Godwin de Salier wusste genau, dass sich dort, wo Licht ist, auch Schatten befinden. Gegenwart Der Templerführer Godwin de Salier erwachte und stellte fest, dass er schweißnaß war. Es lag nicht an einer Krankheit, die ihn überfallen hatte. Er dachte daran, dass er einen Traum gehabt hatte und der war nicht so leicht beiseite zu schieben. Er hatte für eine innere Unruhe gesorgt. Er war aufgewühlt gewesen und auch jetzt, nach dem Erwachen, war das Gefühl nicht völlig verschwunden. Godwin richtete sich auf. Das Oberteil seines Schlafanzugs klebte an der Haut fest. Er warf einen Blick auf die Uhr. Die sechste Morgenstunde war angebrochen. Es würde wohl ein normaler Tag werden, doch daran konnte er nicht mehr glauben. Nicht nach diesem Traum. Nach einem Traum, dessen Inhalt aus der Wahrheit bestand. Sein Unterbewusstsein hatte Erlebnisse freigegeben, die ihm nicht neu waren, aber tief in der Vergangenheit begraben lagen. In seinem ersten Leben als Kreuzritter. Eigentlich war die Vergangenheit verschüttet. Er wollte auch nichts mehr mit ihr zu tun haben. Dass er jetzt so überdeutlich daran erinnert wurde, war schon rätselhaft. Godwin Dessalier ging immer davon aus, dass nichts ohne Grund geschah. Und auch dieser Traum war ihm nicht grundlos geschickt worden. Hinter allem, was in seinem Leben geschah, sah er einen Sinn. Und so war es auch hier. Er wollte nicht länger im Bett bleiben und auf keinen Fall seine Frau Sophie stören. Sie lag in der anderen Betthälfte und atmete tief und regelmäßig. Auf seinem Nacken lag ebenfalls ein Schweißfilm. Er hatte sich dort regelrecht festgesetzt und auch sein Herz schlug nicht so ruhig, wie es eigentlich der Fall hätte sein sollen. Godwin ging auf die Tür zu und verließ das Schlafzimmer. Wenig später befand er sich in seinem Arbeitszimmer und schaute auf den Knochensessel unter dem Fenster. Bei ihm tat sich nichts. Das Gebein schimmerte bleich wie immer. Der Sessel sandte ihm keine Botschaft. Godwin brauchte frische Luft. Er ging zum Fenster und öffnete es. Auch in Südfrankreich war der Sommer vorbei. Der Herbst hatte Einzug gehalten und dem Laub ein buntes Spektrum aus Farben gegeben. Viele Blätter waren bereits gefallen und lagen auf dem Boden des Gartens, in den Godwin schaute. Der Himmel war noch dunkel. Schwach zeichneten sich einige helle Wolkenstreifen ab. Regen war für den neuen Tag nicht angesagt worden, aber schon eine gewisse Kühle, die bereits auf den Monat November hindeutete. Und es würde die ersten Nebeltage geben, das war ebenfalls vorausgesagt worden. Eine Zeit der Ruhe lag vor den Menschen, zumindest für einige Tage. Danach sollte es Frost geben und dann würden sich auch die letzten Blätter von den Bäumen lösen. Warum habe ich diesen Traum gehabt? Er hatte ihm Bilder gezeigt, die er selbst erlebt hatte. Es war ein Stück aus seiner Vergangenheit gewesen. Dort hatte Godwin gelebt, aber durch einen Zeitsprung, den er seinem Freund John Sinclair zu verdanken hatte, war er in der, von sich aus gesehen, Zukunft gelandet. Hier hatte er sich eingerichtet und hatte erleben müssen, dass es die Templer noch gab. Wenn auch nicht so wie in früheren Zeiten, aber der Orden war nicht vergessen worden. Im Süden Frankreichs, in dem Städtchen Allee-Le-Bain, hatten sie ein Kloster gebaut, um von dort aus ihre Feinde zu bekämpfen, die es leider noch immer gab. Godwin de Sallier war nach dem Ableben des alten Templerführers zu dessen Nachfolger gewählt worden. Er war anerkannt, er wurde respektiert und er hatte Sophie Blanc geheiratet, eine Frau, die in engem Zusammenhang mit der biblischen Person, Maria Magdalena, stand. Ruhe hatte Godwin in diesem Kloster auch nicht gefunden. Dafür gab es einfach zu viele Feinde. Zwischen ihnen war es zum Kampf auf Leben und Tod gekommen und die Kämpfe waren noch längst nicht vorbei, das wusste Godwin. Und jetzt dieser Traum, diese echten Bilder aus der Vergangenheit, als er gegen die Ungläubigen gekämpft hatte. Wenn Godwin sich konzentrierte, um etwas von seinem ersten Leben als Kreuzritter zu erfahren, war ihm das nicht möglich. Da war bei ihm die Erinnerung gelöscht. Schluss, aus und vorbei. Und er wollte auch nicht unbedingt darüber reden, weil er im Jetzt, im Heute lebte. Doch nun war etwas über ihn gekommen, mit dem er seine Probleme hatte. Warum? Beinahe hätte er das Wort laut gerufen. Im letzten Moment beherrschte er sich, zuckte mit den Schultern und schüttelte danach den Kopf. Er fand den Grund nicht. Nichts in seinem jetzigen Leben hatte den Anstoß für diesen Traum gegeben. Der Templer war kein Fantast. Er wusste genau, dass der Traum kein Zufall war. Da kam etwas auf ihn zu. Das Schicksal hatte ihm wieder ein Bein gestellt. Möglicherweise war es eine Warnung. Und wenn er näher darüber nachdachte, dann wurde ihm klar, dass dieser Traum keinen richtigen Schluss gehabt hatte. Da war das Ende offen geblieben. Auch wenn er jetzt versuchte, sich an eine Fortsetzung des Traums zu erinnern, so war ihm das nicht möglich. Er schaffte es einfach nicht, sich selbst in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Dieser Traum war so ungemein deutlich gewesen. Er hatte sogar die Gerüche der anderen Zeit wahrgenommen, die er jetzt noch in der Nase hatte. Godwin schrak zusammen, als er in seinem Rücken das leise Klopfen vernahm. Er drehte sich um und sah, dass die Tür geöffnet wurde und seine Frau den Raum betrat. Ach, hier finde ich dich. Ja. Er schloss das Fenster, weil Sophie nur ihren dünnen Morgenmantel über das Nachthemd gestreift hatte. Was ist denn los? Konntest du nicht mehr schlafen? So ist es. Sie ging langsam auf ihn zu. Einfach so? Oder denkst du über irgendetwas Bestimmtes nach? Der Templer überlegte, ob er Sophie die Wahrheit sagen sollte. Eigentlich hatten sie sich versprochen, sich niemals anzulügen, auch wenn es unangenehme Dinge anging, und so nickte Gott wie ihr zu. Ich weiß nicht, um was es wirklich geht, aber ich habe einen Traum gehabt. Ihre Augen weiteten sich. Ach, einen Albtraum? Er hob die Schultern. Ich weiß nicht, ob man das einen Albtraum nennen kann. Irgendwie stimmt es schon. Ich würde ihn jedoch mehr als Erinnerung bezeichnen. An was? An mein erstes Leben. Es war eine Antwort, die Sophie zusammenzucken ließ. Sie war über sein erstes Leben informiert, auch wenn die beiden nur wenig darüber sprachen und es am liebsten ganz zur Seite stellten. Sophie riss sich zusammen und fragte mit fester Stimme Und was hast du geträumt? Es war nicht positiv, es hat mir eine Szene zurückgeholt, die so etwas wie ein Anfang gewesen ist. Wovon? Gottwin verzog das Gesicht. Das weiß ich nicht. Ich wurde ja wach und deshalb kann ich dir nicht sagen, was diesem Traum noch gefolgt wäre. Aber du weißt, was du geträumt hast? Das schon. Darf ich es hören? Natürlich, Sophie, wir haben schließlich keine Geheimnisse voreinander. Sie trat noch näher an ihn heran und legte beide Hände auf seine Schulter. Was immer du geträumt hast und dich so beschäftigt, ich stehe immer an deiner Seite. Ja, das weiß ich. Nur wenn wir beide zusammen halten, können wir dieses Leben meistern. Und jetzt bin ich ganz ohr. Letztendlich war Godwin froh, über seinen Traum reden zu können. Er tat es mit leiser Stimme. Er ließ nichts aus und fügte auch nichts hinzu. Sophie unterbrach ihn mit keinem Wort. Sie zeigte zudem keine Reaktion und nickte nur, als Gottwin sagte, so meine Liebe, jetzt weißt du alles. Ja, und das ist auch gut. Der Templer lächelte. Und was hältst du davon? Wie siehst du meinen Traum? Ist es ein Zufall gewesen, was jedem von uns passieren kann, oder ist dieser Traum ein Hinweis auf etwas Bestimmtes, das in der Vergangenheit seinen Anfang gehabt hat und noch bis in die Gegenwart hinein nachwirkt? Sophie wich einer konkreten Antwort aus und sagte stattdessen, das ist schwer zu sagen. Meine ich auch. Wie ich uns jedoch kenne, hat dieser Traum etwas zu sagen. Es kann sein, dass aus der Vergangenheit ein Hinweis auf die Zukunft gekommen ist, die wir als Gegenwart erleben. Mehr kann ich und und gehe mal davon aus, dass der Traum noch nicht beendet war. Er wird weiter gehen. Meinst du? Bestimmt. Dann wäre er so etwas wie eine Warnung vor Dingen, die noch auf uns zukommen könnten, wobei die Basis in der Vergangenheit der Kreuzritter Zeit liegt. Das könnte sein. Godwin ließ sich etwas zurückfallen und nahm die Fensterbank als Stütze. Er wischte über sein Gesicht, und hob die Schulter. Weißt du, wie ich mir jetzt vorkomme? Nein. Wie ferngelenkt. Das kann ich verstehen. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Vergangenheit wieder Fuß fassen will, und zwar hier bei uns. Aber wie sieht sie aus? Das wissen wir beide nicht. Es kann sein, dass dein Traum zu früh abbrach. Ja, das schon. Aber ich kann nicht bestimmen, wann und wo er mich wieder erwischt. Wenn du schläfst, bist du sicher? Sie lächelte und küsste ihn auf die Wange. Es sei denn, du schläfst hier am Tag ein. Nein, genau das will ich nicht, hatte ich mir gedacht. Willst du dich dann nochmal hinlegen? Wir haben zwar Tag, aber draußen ist es noch dunkel. Gottwin schaute seine Frau lange an. Das ist tatsächlich ein Vorschlag, über den ich nachdenken sollte. Aber nicht zu lange, sonst wird es hell. Wenn das tatsächlich so ist, dass ich mich wie ferngelenkt fühle, dann müsste mir die andere Macht, wer immer sie auch sein mag, einen Traum schicken. Oder genau den Traum, um den es geht. Das kann sein. Okay, ich werde es Ich gehe mit dir ins Schlafzimmer. Er fasste nach ihrer Hand. Willst du mir ein Wiegenlied singen? Ich tue alles, was uns weiterbringt. Ich hatte mich mit Menschen schon an den verschiedensten Orten getroffen, um etwas zu erfahren oder Informationen auszutauschen, aber dieser Treffpunkt war schon ungewöhnlich. Es war eine kleine Kirche. Das war noch nicht mal so außergewöhnlich, aber der Treffpunkt in der Kirche war ein Beichtstuhl, wobei ich auf der Fahrt dorthin an einen ähnlichen Treffpunkt dachte, den ich mal erlebt hatte. Damals war es um das Schwert des Salomons gegangen. Es war der Anfang von einem Fall gewesen, der mich bis nach Äthiopien und bis zur Bundeslade geführt hatte, wo mich das silberne Skelett des Hector de Valois letztendlich gerettet hatte. Und jetzt war wieder ein Beichtstuhl an der Reihe. Aus Spaß war ich nicht losgefahren. Es hatte schon einen Grund gegeben und der hatte aus einem Anruf bestanden. Vater Ignatius, Chef der Weißen Macht, die man auch als Geheimdienst des Vatikans bezeichnen konnte, hatte mich angerufen und mir diesen Treffpunkt genannt. Da ich nun mal ein neugieriger Mensch bin, hatte ich mich bis jetzt nicht, ob Ignatius nur geblufft oder mir nicht alles erzählt hatte. Jedenfalls war er der Meinung gewesen, dass etwas, das in der Vergangenheit begraben gelegen hatte, bereit war, an die Oberfläche zu steigen, um das zu vollenden, was damals begonnen worden war. Und was genau ist es? Es hängt mit den Kreuzzügen zusammen. Meinst du den Heiligen Gral? So genau kann ich dir Und was ist es nun? Dein Informant weiß bestimmt mehr. Wo kommt er denn her? Sagen wir so, John, er ist einer von unseren Leuten, die in der Welt die Augen offen halten. Da bin ich gespannt. Aber du willst mir keinen weiteren Tipp geben, um was es sich handelt? Ich habe selbst meine Probleme damit, John. Du hast vorher den Heiligen Gral ins Gespräch gebracht. Es ist ja der Kelch, in dem das Blut des Erlösers angeblich aufgefangen worden ist. Um ihn geht es nicht. Ich habe nur aus den Andeutungen gehört, dass es sich im Prinzip auch um Blut handelt oder aber um eine ähnliche Flüssigkeit. Ich hoffe, dass dir Alvarez mehr darüber sagen kann. So heißt er also? Genau. Spanier? Ja, und zwar einer, der für uns unterwegs setzen, um dich aufzuklären? Wir werden sehen. Viel Glück. Ein Reuspern folgte. Und nimm es nicht auf die leichte Schulter. Auf keinen Fall, Ignatius. Ich kenne dich schließlich. Wäre es eine einfache Sache, dann hättest du nicht angerufen. Danke, dass du so denkst. Ich war schon sehr nachdenklich geworden, als ich mich auf den Weg machte. Dabei musste ich gar nicht erst reden, er war wieder mal grauenhaft. Ich befürchtete deshalb, nicht mehr im Hellen mein Ziel zu erreichen, aber es klappte dann besser, als ich gedacht hatte. Die Fahrt ging in südwestliche Richtung. Der Flughafen Croydon lag in der Nähe, und von dort aus waren es nur noch knappe zehn Kilometer, bis ich einen Ort mit dem Namen Kästen erreichte, wo sich die Kirche befinden sollte. Sie stand nicht im Ort, sondern außerhalb, als wäre sie dorthin verbannt worden, weil sie nicht reformiert worden war. Ich ging über derartige Unterschiede hinweg und suchte den Weg, der mich ans Ziel führte. Es war noch nicht dunkel geworden. Zwar ballten sich über mir einige Wolkenberge am Himmel zusammen, aber in den Lücken sah ich hin und wieder die Herbstsonne wie einen Suchscheinwerfer aufleuchten. Das helle Licht traf auch die kleine Kirche, als sollte ihr Mauerwerk vergoldet werden. Dieses Treffen konnte durchaus als konspirativ bezeichnet werden. Deshalb war ich auf der Fahrt auch sehr aufmerksam gewesen und hatte nach irgendwelchen Verfolgern Ausschau gehalten. In der Stadt war mir bei dem dichten Verkehr niemand aufgefallen. Später als das Gelände übersichtlicher wurde auch nicht und so war ich schon beruhigter. Zur Kirche selbst führte keine Straße hin, sondern ein Weg, der aus zahlreichen Kurven bestand. Erst auf den letzten Metern konnte ich gerade ausfahren. Auch musste ich erst an einigen Bäumen vorbei, bis ich sie vor mir hatte. In der flachen Landschaft war sie nicht zu übersehen. Ein schmaler Baum mit einem ebenfalls schmalen Kirchturm, der nach oben sehr spitz zulief. Ich konnte bis dicht an die Kirche heranfahren und den Rover nahe des Eingangs packen. Nachdem der Motor verstummt war, blieb ich noch sitzen und schaute auf die Uhr. Ja, ich war pünktlich. Jetzt musste nur noch dieser Alvarez erscheinen, falls er nicht schon in der Kirche war und sich in den Beichtstuhl gequetscht hatte. Ich stieg aus. Bis zum ebenfalls schmalen Eingang waren es nur ein paar Schritte. Ich schritt durch die Stille eines Herbstnachmittags, sah Blätter fallen und lautlos zu Boden trudeln, wo sie irgendwann zu Humus werden würden. Die schlichte Tür verwehrte mir noch den Eintritt. Bevor ich sie öffnete, schaute ich zurück, aber niemand ließ sich blicken. Kein Verfolger saß mir im Nacken oder wäre so dicht an mich herangekommen, als dass ich ihn hätte sehen können. Dann betrat ich das kleine Gotteshaus. Es war wie immer bei mir. Kaum ging ich in eine Kirche hinein, egal wie groß sie auch war, umgab mich eine bestimmte Atmosphäre. Hier war es nicht anders, denn die Stille schien eine besondere zu sein, die dafür sorgte, dass jeder laut gedämpft wurde. Und deshalb bewegte ich mich auch nur behutsam weiter und blieb zunächst vor einem kantigen Taufbecken stehen, dessen Grund fast ausgetrocknet war. Mein Blick glitt nach vorn. War die Kirche auch klein, so hatte man beim Errichten des Gotteshauses zumindest für klare und nicht bemalte Fenster gesorgt, damit das Licht von außen her in das Innere dringen konnte. Ich der im Hintergrund von zwei Engeln umrahmt wurde. Am Ende war die Wand bemalt. Ich stand so weit weg, um die Motive zu erkennen. Wo stand der Beichtstuhl? Wenn es in der Kirche keine Nischen gab, dann fand er seinen Platz immer an den Seiten. So blickte ich zuerst nach links. Da gab es nur die flache Wand, die einen grauen Farbton zeigte. Auf der rechten Seite sah ich den Beichtstuhl. Ein hölzernes Gebilde mit einem Kreuz auf dem Dach und von zwei Seiten begehbar. Ich hatte das Ziel kaum entdeckt, als ich in der Mitte des Beichtstuhls eine Bewegung bemerkte. Dort wurde eine Tür geöffnet und noch in derselben Sekunde trat ein Mann hervor. Das musste Alvarez sein. Er hatte mich ebenfalls gesehen und winkte mir zu. Ich wusste nicht, ob wir uns beide in den Beichtstuhl begeben würden. Im Moment sah es nicht danach aus. Alvarez erwartete mich. Er war ein großgewachsener Mann mit dichten grauen Haaren, einem sonnengebräunten Gesicht und klaren Augen. Das Kinn sprang etwas hervor. Er sprach mich mit einer tiefen Stimme an. John Sinclair? Ja? Ich heiße Alvarez. Dann haben wir uns ja gefunden. Er reichte mir die Hand. Der Druck war fest und sein Blick ebenfalls. Als er meine Hand losließ, fragte ich, sollen wir in den Beichtstuhl gehen und uns dort unterhalten? Er zögerte einen Moment. Nein, das wird nicht nötig sein. Wir sind hier in der Kirche wohl ungestört. Wir können ruhig in einer der Bänke Platz nehmen. Ich bin sehr dafür. als er sich in die Bank schob, sich niederließ und zum Altar schaute. Er hatte dabei seine Hände zusammengelegt, als würde er beten. Er hatte mir etwas zu sagen und deshalb stellte ich auch zunächst keine Fragen. Nach einer Weile nickte er und fragte Sie wissen, worum es geht, Mr. Sinclair? Nein. Oh. Leider hat man mich nicht vorgewarnt. Er strich über sein graues Ignatius wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Es ist auch nicht einfach, denn gewisse Vorgänge liegen tief in der Vergangenheit begraben und hätten an sich dort auch bleiben sollen. Da sagen Sie mir nichts Neues. Ich habe öfter damit zu tun gehabt. Und was macht Ihren Fall so kompliziert? Alvarez beugte sich vor und legte die Hände wieder zusammen. Da haben Sie etwas gesagt, Mr. Sinclair. Es ist alles kompliziert und ich hatte gehofft, dass die Vergangenheit auch Vergangenheit bleiben würde. Doch dem ist nicht so. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich Hüter der Apokalypse nennen. Er warf mir einen Seitenblick zu. Haben Sie davon schon mal gehört? Um die Antwort zu geben, musste ich nicht lange überlegen. Nein, das habe ich nicht. Ja, und ihretwegen sitzen wir hier. Was können Sie mir denn über sie sagen? Alvarez grauste die Stirn. Leider zu wenig, aber das Wenige reicht schon. Die Mitglieder dieser Gruppe haben sich damit beschäftigt, so etwas wie das ewige Leben zu erlangen. Ich gab zunächst mal keine Antwort, denn was ich gehört hatte, war schon überraschend. Warum sagen Sie mein Lachen klang leise, dann sagte ich, ich will ja nicht übertreiben, aber das ewige Leben zu erlangen, ist das nicht etwas weit hergeholt? Im Prinzip schon, doch wenn man gläubig ist, nicht, dann gibt es ein Leben nach dem Tod, wie immer es auch aussehen mag. Ich nenne es mehr Existenz, aber das ist es nicht, wonach diese Hüter der Apokalypse streben. Ich hatte verstanden und sagte, Sie wollen also ewiges Leben, ohne sich dabei groß zu verändern, etwa wie bei den Vampiren. Bitte, Mr. Sinclair. Alvarez atmete schnaufend ein, bleiben wir doch sachlich. Meinetwegen können wir das. Bestimmt hatte er noch nichts davon gehört, dass es tatsächlich Vampire gab. Ich ließ ihn weiterhin in diesem Glauben. Sie gehen also davon aus, dass es Menschen sind, die nicht sterben wollen. Da haben sie den Punkt getroffen. Und es ist ein Jungbrunnen, den sie gefunden haben? Wenn man es nicht genau nimmt, kann man es so nennen. Er drehte sich wieder nach links, um mich anzuschauen. Man kann diesen Jungbrunnen mit dem Begriff Blut umschreiben. Jetzt war ich doch überrascht. Denn mit einer derartigen Antwort hatte ich nicht gerechnet. Blut zu sich zu nehmen, um weiterhin zu leben oder zu existieren? Das wies doch auf Vampire hin. Ich hütete mich davor, das Thema noch einmal anzuschneiden und wartete auf weitere Informationen. Nehmen Sie das hin, Mr. Sinclair? Natürlich, Sie sprachen von Blut. Reden Sie weiter. Oder sagen Sie mir, um welches Blut es sich handelt, um das eines Menschen oder das eines Tieres? Nein, um keines von beiden. Sondern? Es ist eher ein Extrakt, der aus dem Heiligen Land stammt. Sie meinen Israel? So ist es. Jetzt war ich überfragt. Es ist Blut und doch kein Blut. Es stammt aus Israel? Was kann ich damit anfangen? Sie haben noch etwas vergessen, aber das können Sie nicht wissen. Es ist die Vergangenheit. Wie meinen Sie das? Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie eine große Rolle spielt. Damit hat alles begonnen. Gut, sagte ich leise, das akzeptiere ich. Und was wissen Sie noch? Dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, als großes Geheimnis gehütet wurde und natürlich immer noch wird. Aber Sie haben davon erfahren? Nur am Rande. Dann kennen Sie dieses seltsame Blut nicht? So ist es, aber ich weiß, dass es existiert und dass es in falsche Hände geraten ist. Und das kann auf keinen Fall hingenommen werden. Man muss es den Hütern der Apokalypse wieder entreißen. Als ich mit Vater Ignatius über dieses Thema sprach, war er sofort Feuer und Flamme und er war sehr besorgt. Er war der Meinung, dass man etwas unternehmen muss und da ist die Wahl natürlich auf Sie gefallen, Mr. Sinclair. Ob das so natürlich war, wollte ich mal dahingestellt sein lassen, aber wenn Vater Ignatius Alarm schlug, dann musste schon etwas dahinter stecken. Ich fragte mich nur, ob er mir die ganze Wahrheit gesagt hatte. möglicherweise nicht. Er hatte mich nur auf die Fährte gesetzt und ging davon aus, dass ich dranbleiben würde. So war es immer gewesen. Darf ich fragen, was Sie denn genau wissen, Mr. Alvarez, und wie Sie auf die Spur gekommen sind? Er hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Sie sollten mich als einen Menschen ansehen, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich gehöre zu denen, die versuchen, Schaden von der Kirche abzuwenden. Zur weißen Macht also? Das haben Sie gesagt, aber ich kann Ihnen verraten, dass es immer wieder Gruppen gibt, die sich gegen die Kirche stellen, aus welchen Gründen auch immer. Hier aber hat sich eine Gruppe herauskristallisiert, die bis in die Vergangenheit zurückgreift, bis in die Zeit der Kreuzzüge. Dort ist etwas entstanden, das seine Wirkung bis heute nicht verloren hat. Und da denken Sie an das Blut? Ja. Ich wollte mehr aus ihm heraus locken. Dann sind Sie trotzdem nicht sicher, ob man zu dieser Flüssigkeit Blut sagen kann? Ich habe von einem Extrakt gesprochen. Okay, bleiben wir dabei. Von einem Extrakt, der den Menschen ewiges Leben verleiht. Sehr richtig. Ich nickte und fragte. Sie wissen auch, womit ich mich beschäftige, oder? Vater Ignatius war so frei. Dann müsste Ihnen bekannt sein, dass mein Erzfeind der Teufel ist, oder wie immer man ihn auch nennen mag. Und wenn sich der Teufel mit Menschen verbündet, dann geht es auch um große Versprechen, vielleicht sogar um das ewige Leben, denn er muss ja etwas in der Hand haben, um die Menschen zu locken. Das ist es nicht, Mr. Sinclair. Was macht Sie so sicher? Weil der Ursprung im Heiligen Land liegt, in einer Zeit, als es so noch genannt wurde. Heute ist dieses Land nicht mehr heilig. Da brauchen Sie nur an die Medien zu schauen. Ja, damals gab es andere Kriege. Ich will auf etwas anderes hinaus. Meinen Sie nicht, dass der Teufel auch schon vor langer Zeit präsent gewesen ist. Es gibt ihn seit Äonen. Das weiß ich. Die Antwort klang beinahe ärgerlich. In diesem Fall hat er seine Hände aber nicht mit dem Spiel. Das sollten Sie als Tatsache hinnehmen, bitteschön. Ich musste lachen und schüttelte den Kopf. Sie wissen angeblich wenig, aber jetzt sagen Sie mit Bestimmtheit, dass es nicht der Teufel ist, der im Hintergrund die Fäden zieht. So ist es. Damit sind wir wieder bei den Hütern der Apokalypse, die nicht durch den Teufel beeinflusst werden. Das sehe ich so. Und wer zieht dann die Fäden? Sie selbst, sage ich mal, aber ich weiß auch, dass Sie einen Anführer haben. Kennen Sie ihn? Nein, dann wäre alles viel leichter. Ich weiß nur, dass sich die Personen des Öfteren im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien aufhalten. In den Pyrenäen demnach. Das schließe ich nicht aus. Das lag beinahe auf der Hand. Alvarez war Spanier. Zu seiner Heimat hatte er beste Beziehungen, aber das Land war auch groß und ich fragte, wo dort genau? Alvarez hob die Schultern. Ich kann Ihnen keine konkrete Antwort geben. Das Gebiet ist leer und einsam. Menschen findet man kaum. Man kann sich in den Tälern gut verstecken. Aber so einsam scheint es doch nicht zu sein, fuhr ich fort. Sie müssen ja Ihre Informationen irgendwo her haben. Er schaute mich länger an. Sie gehen den Dingen immer gern auf den Grund weh? Das ist mein Beruf. Ja, ja, murmelte er. Ich habe die Informationen von einem Sterbenden. Er war ein Schäfer, der einsam in den Bergen lebte, aber nur im Sommer. Im Herbst kehrte er zurück in sein Dorf. Ich bin dann auch da, um den Menschen die Beichte abzunehmen. Priester gibt es dort so gut wie keine. Da bin ich dann unterwegs. Und dieser Mann hat Ihnen von den Hütern der Apokalypse berichtet? Nein, davon konnte er nichts wissen. Er wusste zumindest nicht diesen Begriff. Aber er hat ein Gespräch belauscht, das zwei Männer führten, die eine Kutte trugen. Es war so schlimm gewesen, dass er mich einweihte. Die Männer haben vom großen Sieg und der anderen Welt gesprochen. Dass ihre Zeit sehr nahe sei und das neue Blut fließen würde. Ich gab keine Antwort. Ich hatte nun einiges gehört, sogar recht viele Informationen, aber was passte wie zusammen? Als ich den Mund öffnete und etwas sagen wollte, schüttelte Alvarez den Kopf. Sie brauchen mich nichts mehr zu fragen, Mr. Sinclair. Ich weiß nicht mehr. Es hatte endgültig geklungen, ob das auch stimmte, wagte ich in Zweifel zu ziehen. Ich schaute Alvarez zu, wie er sich einen Ruck gab und aufstand. Ich werde jetzt gehen. Das hatte ich mir gedacht. Wie kann ich sie erreichen, wenn ich noch Fragen habe? Gar nicht. Ich habe ihnen alles gesagt. Mehr war nicht abgemacht. Aber hüten sie sich vor ihnen. Sie schaffen jeden aus dem Weg, der ihnen in die quere kommt. Sie gehen buchstäblich über Leichen. Das müssen sie mir glauben. Aber sie leben noch. Ja, das tue ich, denn ich habe mich entsprechend verhalten. Ich bin vorsichtig. Aus Erfahrung wusste ich, wann Schluss war und ein Mensch nichts mehr sagen wollte. So war es auch hier. Er nickte mir zum letzten Mal zu und machte sich auf den Weg zur Tür. Meine Stimme holte ihn ein, bevor er die Tür öffnen konnte. Wo wollen Sie jetzt hin und wie kommen Sie an Ihr Ziel? Er drehte sich um. Das wird sich ergeben. Ich könnte Sie mitnehmen. Alvarez wartete, bis ich ihn erreicht hatte. Ja, Sie können mich zum nächsten Bahnhof bringen oder zu einer Haltestelle eines Überland Busses. Ich komme dann schon zurecht. Wie Sie wollen. Alvarez sagte nichts mehr. Dafür öffnete er die Tür und ging vor mir ins Freie. Mein Wagen war nicht zu übersehen. Als hätte er es besonders eilig, ging Alvarez mit großen Schritten darauf zu. Seine Schuhspitzen wirbelten Laub in die Höhe. An der Beifahrerseite stoppte er. Ich stand noch vor der Kirchentür und zog sie langsam zu. Dann ging ich vor. Dabei schaute ich nach vorn und sah etwas durch die Luft huschen. Zielsicher fand der Stahl seinen Weg und jagte voll in den Rücken meines Informanten. Manchmal gibt es Situationen, da bleibt einem die Bucke weg. So erging es mir in diesem Fall. Ich stand zunächst mal unbeweglich auf dem Fleck. Wie lange dies war, wusste ich nicht. Die Zeit war mir irgendwie davongelaufen. Ich war durch die plötzliche Attacke völlig überrascht worden. Es hatte Alvarez erwischt. Das Messer steckte in seinem Rücken. Trotzdem ging er noch einen Schritt vor und kippte gegen die Autotür nicht. Denn ich musste reagieren. Meine Starre war vorbei. Ich drehte den Kopf nach links. Von dort war das Messer geflogen, doch zu sehen war niemand. Erst als ich mich in Bewegung setzte und fast bis zum Ende der Kirchenfront lief, sah ich den Flüchtenden. Er rannte quer über ein Rasenstück. Sein Ziel war ein dunkler Wagen, der jenseits des Rasens auf einem schmalen Weg parkte. Hätte er näher an der Kirche gestanden, wäre dem Mann die Flucht wahrscheinlich gelungen. So aber sah ich eine Chance, ihn einzuholen. Ich nahm die Verfolgung auf. Obwohl der Messerwerfer schnell lief, holte ich auf. Es mochte an der Kleidung des anderen liegen. Er trug tatsächlich eine Kutte und die behinderte ihm beim Laufen. Sie schwang zu stark hin und her, schlug gegen seine Beine und brachte ihn immer wieder aus dem Gleichgewicht. Und so kam ich ihm näher. Ich achtete allerdings auf das dunkle Auto, denn es war gut möglich, dass dort ein zweiter Mann hockte und für eine Rückendeckung sorgte. Je näher ich dem Fahrzeug kam, umso besser würde das Schussfeld werden. Der Messerwerfer hatte mich zwar nicht gesehen, aber wohl geahnt. Er drehte während des Laufens den Kopf und genau das war sein Fehler. Er geriet endgültig aus dem Laufrhythmus, stolperte über seine eigenen Füße und fand das Gleichgewicht nicht mehr wieder. Ich hörte seinen Schrei, als er in der Luft lag, bevor er auf den Rasen prallte. Ich beschleunigte mein Tempo. Das war die Chance. Der Messerwerfer raffte sich auf. Er wollte seine Flucht fortsetzen, denn der wartende Wagen war nicht mehr weit von ihm entfernt. Der Mann kam wieder auf die Beine, bevor ich ihn erreichte. Ich rechnete mit einer weiteren Flucht, irrte mich aber in diesem Fall, denn er griff unter seine Kutte und holte ein zweites Messer hervor, das er auf mich schleuderte. Es geschah mit einer blitzschnellen Bewegung. Der Mann war sicherlich kein Laie, aber in diesem Moment hatte ihm die Zeit zum Zielen gefehlt. Er warf das Messer und ich tauchte weg. Aus dem Lauf heraus warf ich mich nach vorn, verwandelte den Aufprall in eine Rolle vorwärts, hörte den wilden Schrei des Messerwerfers und dann die beiden Schüsse. Ich hatte wieder auf die Beine kommen wollen, doch als die Schüsse fielen, richtig verstummt, als ich den Motor hörte, der aufheulte, als der Wagen gestartet wurde. Ich warf mich um die eigene Achse und nutzte den Schwung, um auf die Beine zu gelangen. Der Wagen war weg. Zwar sah ich noch seine Rückleuchten, aber das half mir nicht weiter. In der Dämmerung und nahe der Kirche war ich der Verlierer. Zwei Schüsse waren Es war nur ein kurzer Weg, den ich zurücklegen musste, um den auf dem Boden liegenden Mann zu erreichen. Ich hörte ihn stöhnen, noch bevor ich neben ihm anhielt. Das Stöhnen hatte in mir die Hoffnung aufkeimen lassen, dass der Mann überlebt hatte. Ich bückte mich, um besser sehen zu können, leuchtete ich mit meiner kleinen Lampe den Körper ab. Sofort erstarb meine Hoffnung. Zweimal war geschossen worden, beide Kugeln hatten den Messerwerfer in die Brust getroffen, und zwar an der linken Seite, wo das Herz sitzt. Vielleicht konnte er mir noch das eine oder andere Wort sagen, ich sprach ihn an und sah, wie die Gestalt erschlaffte. Nicht mal einen letzten Atemzug hatte ich gehört. Sagen konnte er mir nichts mehr. Ich leuchtete sein Gesicht an und sah die scharfen Züge und die recht dunkle Haut. Meiner Ansicht nach kam er aus dem südlichen Mittelmeerraum. Gesehen hatte ich ihn zuvor noch nie, und ich wunderte mich auch, dass er mit einer Kutte bekleidet war. Als Mönch sah ich den toten Messerwerfer nicht an. Eine Kutte hatte auch Taschen, und die durchsuchte ich. Vielleicht hatte ich Glück und fand etwas, das ihn identifizierte. Aber das Pech blieb auch weiterhin an mir kleben. Der Tote trug nichts bei sich, was seine Identität verraten hätte. Aufgeben wollte ich trotzdem nicht. Seine Leiche würden die Spezialisten vom Yard zur Untersuchung bekommen. Da war es möglich, dass man mehr über diesen Mann herausfand. Ich richtete mich wieder auf und dachte an Alvarez. Das heimtückisch geworfene Messer hatte ihn in den Rücken getroffen. Es bestand noch immer die Chance, dass er lebte und deshalb lief ich schnell zurück zu meinem Rover. Auch jetzt ließ ich meine Lampe nicht los. Das Licht bildete einen Fächer, der sich schließlich auf die am Boden liegende Gestalt konzentrierte. Ich hörte weder ein Stöhnen noch sah ich, dass Alvarez sich bewegte und so nahmen meine schlimmsten Befürchtungen noch mal zu. Die letzten Schritte lief ich langsamer. Alvarez lag auf dem Bauch. Er war an der Beifahrertür nach unten gerutscht, das Messer ragte noch aus seinem Rücken hervor und das an einer Stelle, die mir nicht gefiel. Zu sehr links, zu nahe am Herzen. Ich ließ ihn in dieser Haltung liegen und kümmerte mich nur um seinen Kopf. Den drehte ich leicht zur Seite, weil ich erkennen wollte, ob seine Augen bereits den starren Blick eines Toten zeigten. Ja, das war leider der Fall. Der Blick seiner Augen war glanzlos und vor mir lag der zweite Tote. Das ging an mir nicht spurlos vorbei. Ich spürte die Stiche in der Brust, es war eine Reaktion auf meine Enttäuschung. Alle Chancen hatte ich gehabt, und was war dabei herausgekommen? Nichts. Das heißt, ich hatte es mit zwei Toten zu tun, und wenn ich einen Schritt weiter kam, dann musste ich mir eingestehen, dass ich am Beginn eines Falles stand, dessen Tragweite noch gar nicht abzuschätzen war. Das letzte Licht des Tages kämpfte gegen die anbrechende Dunkelheit an. Im Westen sah ich einen und der für mich aussah wie ein Toten Licht. Ich ging ein paar Schritte zur Seite. Bisher wusste vom Yard niemand, dass ich unterwegs war. Das war nur eine Sache zwischen Vater Ignatius und mir gewesen. Das war nun vorbei. Bei meinem weiteren Vorgehen musste ich Es war besser, wenn ich zuerst meinen Chef Sir James Powell anrief. Damit waren schon einige Weichen gestellt und wenn ich an die Zukunft dachte und auch an das, was Alvarez mir erzählt hatte, wurde mir schon recht mulmig zumute. Vergangenheit Vorbei war die Nacht. Vorbei die Zeit der verhältnismäßigen Ruhe. Noch vor dem Aufgang der Sonne waren die Kreuzritter wieder auf den Beinen. In den letzten Stunden waren sie nicht angegriffen worden. Der Feind hielt sich zurück und Godwin de Salier ging davon aus, dass sie sich durchaus in einen Hinterhalt begeben könnten. Es wurde nicht viel gesprochen. Sie wollten so wenig Geräusche wie möglich verursachen. Die Hofe der Pferde waren mit Lappen umwickelt worden und die Männer sollten das Klären der Waffen nach Möglichkeit vermeiden. Desalier ging noch einmal seine Leute ab. Er kontrollierte sie, zählte sie ab. Es war kein großer Trupp mehr, erst recht keine Armee. Die Kämpfe gegen die Muselmanen hatten seine Männer ziemlich dezimiert, aber sie wussten auch, dass sie eine wichtige Aufgabe zu erledigen hatten. Der Hügel von Golgatha musste eingenommen werden. Wenn sie gefunden hatten, was sie suchten, dann war das so etwas wie ein Sieg. Dann stand Gott auf ihrer Seite und sie würden dem Heer des Sultans eine vernichtende Niederlage bereiten und das heilige Land für immer von den Ungläubigen befreien. Wie immer übernahm Godwin Desalier die Spitze seines Trupps. Die Pferde hatten sich ausruhen können. Sie schnaubten hin und wieder leise und warteten darauf, angetrieben zu werden. Hinter Godwin ritt Jérôme Cassel. Er trug die Fahne mit dem Kreuz der Templer, damit jeder sah, wer sich da in den Kampf warf, um das heilige Land zu befreien. Sie ritten los und wenig später begannen sie den Hügel zu erklimmen, auf dessen Kuppe der Erlöser den Tod gefunden hatte. Es war eine kahle, wenig menschenfreundliche Gegend. Auf der Es gab keine Blüten und auch kein sattes Grün, was die Tristesse aufgelockert hätte. Dieser Berg war eine Stätte des Todes und nicht grundlos hieß er Schädelberg. Hier hatten die römischen Besatzer ihre Verurteilten gekreuzigt, denn auf der Kuppe waren sie für die Menschen im Tal sichtbar gewesen. Godwin hatte einige seiner Männer als Speer voraus geschickt, um nach den die Truppe sofort alarmiert werden. Aber sie kamen gut voran und niemand meldete eine Gefahr. Godwin war dennoch nicht zufrieden. Er würde es erst sein, wenn er das gefunden hatte, wonach er suchte. Er war ausgesandt worden, um herauszufinden, ob die alte Legende stimmte, die man sich erzählte. Wenn sich das bewahrheiten sollte, würde die andere Seite keine Chance mehr haben. Noch war es nicht so weit. Sie mussten noch reiten, denn der Hügel zog sich hin. Mal ging es steiler aufwärts, mal flacher. Die umwickelten Hufe der Pferde wirbelten den Staub auf, der in dieser Gegend ein ständiger Begleiter war. Immer weiter und höher kamen sie. Leider war es noch zu dunkel, sodass sie die Kuppe nicht sahen. Aber wenn sich der Ball der Morgensonne im Osten zeigen würde, hatten sie es geschafft. Mussten sie es geschafft haben, denn es gab noch einen Rückweg und auch den Abbau des Lagers. Der Templer spürte die Spannung in sich. Es war wie ein Feld, das sich ausbreitete und die Nervenbahnen erfasste. Er kannte dieses Gefühl. Er stellte sich bei ihm immer ein, wenn große Veränderungen bevorstanden. Jérôme Cassel, der Mann aus der Bretagne, ritt an seiner Seite. Er drehte den Kopf, um Godwin anschauen zu können. Der größte Teil des Kopfes war unter dem Helm verschwunden, nur das Gesicht lag frei, und auch da störte der Nasenschutz. Was denkst du, Godwin? Wir schaffen es, Jérôme, wir sind auserwählt. Wir werden der Legende auf den Grund gehen, das schwöre ich dir. Ich will den Baum endlich sehen. Ich will wissen, ob er wirklich Früchte trägt, wie es heißt. Ansonsten kannst du mit einem Felsenbirnbaum nichts anfangen. Er eignet sich nur als Brennholz. Und du bist sicher, dass er blüht? Ja, er ist etwas Besonderes. Haben wir nicht erfahren, dass das Kreuz des Erlösers aus dieser Felsenbirne bestand? Die Römer wollten ein möglichst wertloses Holz einsetzen und ihn damit noch mehr beleidigen. Wir aber werden dafür sorgen, dass die Felsenbirne zu einem Baum wird, den man verehrt. Ja, dafür sind wir hier. Jerome schaute wieder nach vorne. Ich hoffe nur, dass wir sie finden. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Wenn die Sonne aufgeht und ihre Strahlen in den frühen Morgen hineinschickt, wird die Kuppe des Hügels erhellt und wir werden alles überdeutlich sehen. Ich gehe davon aus, dass dieser Baum besonders hervorsticht. Meinst du nicht, dass die Ungläubigen ihn schon gefällt haben könnten? Nein, Jerome, deine Gedanken sind falsch. Die Ungläubigen wissen nicht, was dieser Baum für uns bedeutet und deshalb werden wir ihn finden, auch seine Blüten oder sogar Früchte. Er hat Früchte getragen? Ja, so erzählt man sich. Als die heilige Stadt Jerusalem zum ersten Mal durch die Ungläubigen zerstört wurde, trug der Baum Früchte und sie sind das Wichtigste. Warum? Das wirst du noch erleben, Jerome. Dann gehst du davon aus, dass der Baum auch jetzt noch Früchte trägt? Ja, sonst hätte unser Kampf keinen Sinn. Jerome Kassel sagte nichts. Er war nicht so sehr davon überzeugt, aber er wollte Gottwin nicht widersprechen, denn er war derjenige, der sie bisher gut geführt hatte. Es war alles das eingetreten, was er vorausgesagt hatte, und doch kamen Jerome Zweifel. Er schaute nach Osten. Dort malte sich bereits ein heller Streifen ab, der eine rötliche Farbe zeigte. Die Sonne würde sich auf ihrem Weg nicht aufhalten lassen. Schon jetzt begrüßte sie den Tag, und das hatte auch Gottwin des Halliers gesehen. Er hob die rechte Hand. Die Männer hinter ihm verstanden das Zeichen. Sie zügelten ihre Pferde und warteten darauf, was ihnen ihr Anführer zu sagen hatte. Gottwin sprach so laut, dass auch der Letzte seiner Getreuen es hörte. Wir haben unser Ziel beinahe erreicht. Ich sehe die Kuppe des Hügels bereits vor mir. Den letzten Rest des Wegs werden Jerome Kassel und ich alleine reiten. Sollten wir das Geheimnis finden, werden wir euch Bescheid geben. Wir reiten danach den Hügel wieder herab und begeben uns ins Lager, aus dem wir aufbrechen und uns bis nach Accra durchschlagen, von wo aus wir ein Schiff besteigen, das uns zurück ins Abendland bringt. Er reckte den Kopf. Muss ich noch mehr sagen? Keiner widersprach. Gottwin war zufrieden. Er schärfte ihn noch ein, besonders wachsam zu sein, dann drehte er sein Pferd um die Hand und ritt los. Jérôme Cassel folgte ihm in einem angemessenen Abstand. Die Fahne der Templer hielt er hoch. Sie flatterte im Wind und sie sollte auf dem Hügel gehisst werden. Dessalier schaute stur gerade aus. Auf dem letzten Stück der Strecke überkamen ihn starke Gefühle. Was nun vor ihm lag, war sein großes Lebensziel und für ihn würde sich ein Traum erfüllen. Er war aufgewühlt. Im Inneren spürte er das Zittern. Das Blut floss schneller durch seine Adern, denn dieser Sieg würde den Templern gehören. An einen Angriff durch die Ungläubigen dachte er nicht mehr. Dieser heilige Hügel gehörte ihnen. Und als er die letzten Meter zurück legte, da hatte er den Eindruck von einer Kraft erfüllt zu werden, wie er sie noch nie erlebt hatte. Er hielt sein Pferd an. Gottwin wollte den Augenblick genießen und ihn auch in die Länge ziehen. Der Himmel hatte sich im Osten geöffnet, als wäre die Klappe eines Ofens in die Höhe gezogen worden. Der Himmel nahm eine rote Färbung an. Sie breitete sich immer weiter aus, als würde sich eine dünne Blutschicht immer mehr Raum verschaffen und die Schatten der Nacht endgültig vertreiben. Plötzlich war auch der Hügel im Licht. Genau darauf hatte der Templer gewartet. Es gab nichts mehr, was seine Sicht beeinträchtigte und so setzte er zu einem Rundblick an. Er suchte den Baum. Bisher hatte Gottwin den Hügel nur vom Die Spuren der Kreuzigungen durch die Römer hatten die vergangenen Jahrhunderte längst verweht. Jetzt wuchsen hier Sträucher und Krüppelbäume, die allesamt von einer Staubschicht bedeckt waren. Der Templer glaubte nicht daran, dass er die Felsenbirne nur als Krüppelbaum sehen würde. In all dieser trostlosen Umgebung würde sie hervorstechen, da war er sich sicher. Diesen Glauben konnte ihm niemand nehmen. Jérôme Cassel ritt auf ihn zu und fragte, hast du den Baum bereits entdeckt? Nein, aber ich werde nicht aufgeben und mich noch richtig umschauen. Bitte, dann tue es. Gott wie nickte nur. Er wollte bei seiner Suche allein sein. Das sollte allein sein Erfolg werden. Lange hatte er auf den inneren Trieb gehört, lange hatte er geforscht und er wollte nicht mit einer anderen Person teilen. Er ritt an, nach Osten, der Sonne entgegen. Dabei spürte er bereits die ersten warmen Strahlen auf seinem Gesicht. Es war für ihn wie eine Lockung, den Weg fortzusetzen. Je heller es wurde, umso deutlicher erkannte er seine Umgebung. Und er wusste plötzlich, dass er genau in die richtige Richtung geritten war. Vor sich sah er einen etwas dichteren Bewuchs, als befände sich dort eine kleine Oase. Sogar eine grüne Matte zeichnete sich auf dem braun-grauen Untergrund ab. Und diese Matte war so etwas wie ein Mittelpunkt. Gottwin zügelte sein Pferd. Das Blut schoss ihm in den Kopf. Er wollte sich die Stelle noch genauer anschauen, bevor er auf sie zuritt. Seine innere Stimme sagte ihm, dass er sein Ziel erreicht hatte. Er war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. Er schlug ein Kreuzzeichen, sprach ein kurzes Gebet, dankte dem Allmächtigen und tritt langsam auf das Grün zu. Das Bild sah er immer deutlicher und er sah den Baum, der alle anderen Gewächse überragte. Sein Herz schlug schneller, traten in seine Augen. In diesem Augenblick erfüllte sich für ihn sein Traum. Er konnte es nicht fassen. Er war von Gefühlen überschwemmt worden, die ihm bisher unbekannt waren. Beinahe kam es ihm vor wie ein Wunder und das hatte sich ausgerechnet ihm offenbart. Godwin stieg von seinem Pferd. Als seine Füße den Boden berührten, spürte er das Zittern seiner Beine. Diese Reaktion trat selbst sonst im Kampf selten auf. Zu Fuß ging er weiter. Den Baum ließ er nicht aus den Augen. Ja, so hatte er sich die Felsenbirne in der Wüste vorgestellt. Ein Baum mit verzweigten Ästen, wenig Laub, aber Früchten, die dunkelrot schimmerten und für ihn aussahen wie eine Mischung aus Feigen und Pflaumen. Vor dem Baum blieb er stehen. Knie zu fallen und zu beten schoss in ihm hoch, aber er beherrschte sich, denn es war wichtig, seine Gedanken zu ordnen und sich dann an seine eigentliche Aufgabe zu machen. Es war Gottwin unbekannt, wie lange der Baum blühte und wie lange er Früchte trug. Deshalb durfte er die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Er brauchte die Früchte, er brauchte deren Saft, denn er war so großes Gefäß mitgenommen. Mit einem Deckel war es verschlossen. Gottwin hob ihn an und schaute ins leere Gefäß hinein. Das würde sich schnell ändern, wenn er die ersten Früchte geerntet hatte. Der Templer trat noch näher an den Baum heran. Das Gefäß stellte er auf den Boden. Er musste sich nicht mal recken, um nach der ersten Frucht greifen zu können. ein kurzer Ruck und erhielt sie in der Hand. Sie war weich und er brauchte nicht viel Kraft einzusetzen, um sie zerdrücken zu können. Das tat er, als er die Hand über das offene Gefäß hielt. Die Frucht öffnete sich unten, die ersten Tropfen quollen hervor und landeten wenig später in der Schale. Sie waren rot. Rot wie Blut? Ein Schauer überlief den Templer, als er daran dachte, was die Legende über diese Früchte sagte. Da der Erlöser an einem Kreuz aus Felsenbirne gestorben war, hatte sich sein Blut in dem Holz verteilen können. Es war darin eingedrungen und hatte dafür gesorgt, dass aus diesem schlechten Holz etwas Blühendes wurde. Die Felsenbirne blühte wieder und brachte Früchte hervor und nur wenige ein Kämpfer wie Godwin de Salier wurde klein. Die Ehrfurcht ließ ihn für eine Weile erstarren. Seine Gedanken wechselten sich mit stummen Gebeten ab, aber er wusste auch, dass er eine besondere Aufgabe zu bewältigen hatte. Er wollte das Gefäß füllen und so erntete er Frucht auf Frucht und presste sie mit den Händen aus. Seine Umgebung hatte er dabei vergessen. Er merkte nicht, dass die Hitze immer mehr zunahm und dachte auch nicht daran, dass irgendwo im Tal die Ungläubigen lauerten. Er wollte den Saft, er wollte das Blut. Es war für ihn so bedeutend wie der Heilige Graal und er war ausersehen, dieses wertvolle Sekret zurück ins christliche Abendland zu bringen, wohin es gehörte. Später ging er systematisch vor. Er pflückte die Früchte ab, legte eine Reihe von ihnen neben dem Gefäß auf den Boden und erst als er immer ein halbes Dutzend zusammen hatte, fing er damit an, sie auszupressen und schaute zu, wie sich das Gefäß immer weiter füllte. Er würde es auch bis zum Rand voll bekommen und es erst dann verschließen. Danach wollte er Bänder um es binden, damit der Deckel fest auf dem Unterteil blieb. Er erntete die letzten Früchte, drückte sie aus und schaute zu, wie der Saft in die Schale floss. Noch immer dachte er daran, dass er hier so etwas wie ein Wunder erlebte. Die Legende war durch seine Entdeckung zur Wahrheit geworden. Er würde sich eine Audienz beim Papster bitten. Er musste darüber informiert werden und er sollte den Blutsaft in Verwahrung nehmen, wo er für alle Zeiten geschützt war. Das alles ging ihm durch den Kopf. Was in seiner Umgebung geschah, sah er nicht. Auch nicht den Mann, der sich ihm leise näherte. Erst als er hinter Gottwin stand, wurde der Templer aufmerksam. Es war kein Laut, der ihn erreichte, sondern der andere Geruch. Dennoch wurde er gewarnt. Noch in der Hocke sitzend drehte er sich um. Genau da traf ihn der Hieb in den ungeschützten Rücken. Gottwin schrie auf, fiel nach vorne und glaubte, dass die Schmerzen ihn in zwei Teile zerreißen würden. Beuchlings blieb er auf dem Boden und neben dem Gefäß liegen. Hände packten zu und rissen ihm den Helm vom Kopf. Danach trafen die tiefe Schmerze der Bewusstlosigkeit zu stürzen. Als Gottwin de Salier wachte, wusste er zunächst nicht, was mit ihm passiert war. Er hatte das Gefühl, nur noch aus Schmerzen zu bestehen, die sich in seinem Rücken und auch in seinem Kopf festgesetzt hatten. Es war nur eine kurze Zeitspanne, die er in diesem schlechten Wachzustand erlebte, denn sofort sackte er wieder weg ins tiefe Reich der Schwärze. Irgendwann erwachte Gottwin de Salier zum zweiten Mal. Auch jetzt fühlte er, wie sein Körper von Schmerzen durchtoast wurde, aber er merkte schon, dass seine Gedanken eine gewisse Klarheit bekommen hatten, und das war der erste Weg zurück in die Normalität. Noch musste er liegen bleiben. Das tat er auch und hütete sich davor, sich zu bewegen. bewegen konnte und sein Rücken nicht in zwei Teile geschlagen worden war. In seinem Kopf tuckerte und hämmerte es. Für ihn war es nicht möglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber Gottwin war auch kein Mensch, der so leicht aufgab. Überstürzen durfte er nichts. Er musste sich und seine Kräfte erst einschätzen können, um richtig zu reagieren. Wieder verstrich Zeit. Am Himmel fand die Sonne ihren Weg in Richtung Westen und der Templer schaffte es schließlich, bis unter die Felsenbirne zu kriechen und sich gegen deren Stamm zu lehnen. In seinem Rücken hatten sich die scharfen Schmerzen abgeschwächt, im Kopf ebenfalls. Nur von seinem Nacken aus zuckten noch die Stiche bis in den Kopf. Aber Gottwin war wieder in der Lage zu denken und sich zu erinnern. Allmählich setzte sich aus den einzelnen Teilen der Erinnerung ein Bild zusammen. Er dachte wieder an seine große Entdeckung und daran, dass sie ausgerechnet ihm gelungen war. Und dann hatte man ihn niedergeschlagen. Wer hatte das getan? Er war noch nicht so weit, um darüber nachzudenken. Er dachte an den Blutsaft aus den Früchten der Felsenbirne und daran, dass er ihn in ein Gefäß gefüllt hatte und dabei gewesen war, es zu verschließen. Dazu war er nicht mehr gekommen. Gottwin rieb über seine Augen. Seine Sicht hatte sich gebessert und er saß so, dass er dorthin schauen konnte, wo das Gefäß mit der wertvollen Flüssigkeit stand. Nein, gestanden hatte. Es war weg, verschwunden, gestohlen. Jemand hatte es mitgenommen. Es der ihn niedergeschlagen hatte. Für ihn gab es keine andere Möglichkeit. Automatisch sank sein Kopf nach unten. Es war eine Folge seiner Gedanken, denn jetzt war alles umsonst gewesen. Seine Forschungen, sein Kampf, eigentlich alles. Das Ziel hatte er nicht erreicht, dafür eine Person, die genau bis zum richtigen Augenblick gewartet hatte. Ein Verräter, einer, der sich sein Vertrauen erschlichen hatte. Da fiel ihm nur Einnahme ein. Jérôme Cassel Godwin erschrak über seine Gedanken. Er wollte glauben, dass dies nicht möglich war, doch so sehr er sich auch anstrengte, es fiel ihm keine andere Alternative ein. Wer hätte sich denn sonst an ihn heranschleichen können, ohne von ihm bemerkt zu werden? Dass er niedergeschlagen worden war, empfand er als schlimm, aber der Verrat des vermeintlichen Freundes traf ihn noch härter. So sehr er auch grübelte, er fand keine andere Erklärung, denn die Ungläubigen waren bestimmt nicht gekommen, um ihn außer Gefecht zu setzen. Sie hätten ihn auch getötet, denn sein Name und seine Kampfkraft war unter ihnen sehr bekannt. Nein, das waren nicht sie gewesen. Er dachte an seine eigenen Leute und an diesen verfluchten Verräter. Kein anderer Mann als Jérôme Kassel kam für diese Untat in Frage. Die Schmerzen waren mittlerweile auszuhalten, aber es gab noch etwas, das ihn quälte. Der Durst. Erst jetzt merkte er, wie trocken sein Mund war. Wenn er jetzt hätte sprechen müssen, wäre ihm das nicht gelungen. Und nicht nur im Mund war die Trockenheit vorhanden, auch in seinem Körper hatte sie sich ausgebreitet. Jedenfalls dachte er das. Gottwin wusste nicht, wie lange er unter der Felsenbirne ausgeharrt hatte. Wenn er den Kopf leicht bewegte und dabei die Augen verdrehte, konnte er in die Höhe schauen. Er sah die Äste, die Zweige und auch die daran hängenden Früchte, die noch darauf warteten, gepflückt zu werden. Er würde es nicht mehr schaffen. Er war zu schwach, in die oberen Regionen des Baumes zu klettern. Außerdem wollte er weg von hier. Seine Männer würden ihn vermissen. Es war nicht leicht für den Templer auf die Beine zu gelangen. Seine Waffe hatte man ihm gelassen und so war es ihm möglich, das Schwert als Stütze zu benutzen. Langsam kam er hoch. Aus seinem Mund drang ein scharfes Keuchen. Als er stand, war er froh, nicht wieder umzufallen, denn der Schwindel der Impakte war enorm. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder gefangen hatte und sich der Boden auch nicht mehr unter ihm bewegte. Er dachte jetzt nicht mehr an den Baum. Es ging einzig und allein um ihn. Er musste weg und sich in Sicherheit bringen. Die ersten Schritte fielen ihm schwer. Aber Gottwin brach nicht zusammen. Nachdem er den Schatten des Baumes verlassen hatte, glitt sein Blick zum Himmel. Ja, die Sonne war noch zu sehen. Sie war allerdings in westliche Richtung gewandert und stand dort wie ein großer Ball, der schon eine leicht rote Farbe angenommen hatte. Dennoch war es heiß und auch staubig, dazu knochentrocken. Das war kein Ort, an dem sich Menschen lange aufhalten konnten. Der Templer wusste genau, wo er sein Pferd zurückgelassen hatte. Diesen Weg musste er nehmen und er hoffte, dass sein vierbeiniger Freund auf ihn gewartet hatte. Sein Pferd war da. Es hatte auch auf ihn gewartet, denn es konnte nicht mehr weglaufen. Tot lag es am Boden und eine schwarze Wolke aus Fliegen umsummte seinen Kopf. Gottwin hatte keine Tränen mehr, nur ein Schluchzen drang aus seinem Mund, als er sich dem toten Tier näherte. Er scheuchte die Fliegen zur Seite und erkannte dann, woran sein treuer Begleiter gestorben war. Man hatte ihm mit einem Schwerthieb den Kopf abhacken wollen, war aber nicht so weit gekommen, und so war die Kehle des Tieres tief eingeschnitten worden. Oft gibt es dort, wo es Schatten gibt, auch Licht. Daran dachte Gottwin des Salliers, als er den Ziegenschlauch entdeckte, den der Verräter nicht zerstört hatte. Er hing noch am Sattelhorn, und als Gottwin ihn anhob, da hörte er das Schwappen. Er lag schon auf den Knien, jetzt aber musste er lachen und beugte seinen Oberkörper zurück. Es war wunderbar. Es war die Rettung. Mit zitternden Fingern löste er den Ziegenschlauch vom Sattelhorn. Er öffnete ihn an der schmalen Seite, setzte ihn an und ließ das Wasser hervorströmen. Weit hielt er den Mund offen. Das Wasser war lauwarm, aber das war ihm egal. Es ran nicht nur in seinen Mund, sondern auch über sein Gesicht, was er als angenehm empfand. Am liebsten hätte er den gesamten Schlauch geleert, aber das wäre nicht gut gewesen. Gottwin wusste, dass ihm ein langer Fußmarsch bevorstand. Er musste bis Jerusalem und das durch feindliches Gebiet, denn die Ungläubigen lauerten überall. Seine Männer sahen nicht. Sie hatten den Rückzug angetreten. Bestimmt war ihnen gesagt worden, dass ihr Anführer nicht mehr am Leben war. Aber ich lebe noch, dachte Gottwin, und ich werde auf keinen Fall aufgeben. Er rappelte sich hoch. Den Schlauch mit dem Rest des Wassers nahm er mit. Bis er hatte um ihn herum tiefe Stille geherrscht, aber das änderte sich. Urplötzlich vernahm er die Geräusche, den Lärm, die Schreie. Gottwin dachte nicht mehr an sich, sondern an das, was er hörte. Am Fuß des Hügels lag ihr Lager, und von dort schallte der Kampflärm zu ihm hoch. Der Templer brauchte nicht genauer zu lauschen, er wusste, was dies zu bedeuten hatte. Die Ungläubigen hatten bis zu diesem Zeitpunkt gewartet und dann den überraschenden Überfall gestartet. Er wusste auch, dass es ein grausamer Kampf werden würde. An der Flanke des Hügels schaute er hinab ins Tal, in dem nicht viel zu sehen war. Dort, wo das Lager ihnen Schutz geboten hatte, sah er die dichten Staubwolken, die wie ein gewaltiger Nebel in die Höhe walten und ihm die Sicht nahmen. Die Schreie waren schrecklich. Wer sie ausgestoßen hatte, wusste er nicht. Auch seine Männer bestanden nicht nur aus Helden und er wusste, wie stark die andere Seite kämpfen konnte, die ihre Überfälle oft in der Überzahl durchführten. Nein, er würde nicht nach unten gehen. Er war viel zu schwach, um sich am Kampf zu beteiligen. Es war auch keine Feigheit, denn Gottwin dachte schon einen Schritt weiter. Wer immer der Verräter war, in dessen Lage er sich zu versetzen versuchte, er war bestimmt nicht mehr wie Gold. Der Hügel hatte auch eine andere Seite. Dort lag ebenfalls ein Tal, das er durchwandern musste, um letztendlich nach Jerusalem zu gelangen, wo er Schutz finden würde. Die Stadt war noch von den Kreuzrittern besetzt, aber es gab auch viele Gruppen von Ungläubigen, die immer wieder aus dem Hinterhalt angriffen und ihre Feinde töteten. Saladin, der Sultan, war zwar geschlagen worden, Heere zur Verfügung, die zudem keinen so langen Weg hinter sich hatten wie die Kreuzritter. Zum ersten Mal kamen dem Templer Zweifel an seiner Mission. Aber er hatte auch einen Eid geschworen und an ihn fühlte er sich gebunden. Und dann lag noch eine Aufgabe vor ihm, sobald er die Heimat erreichte. Er wollte den Verräter finden, der den Saft der Früchte der sich wieder auf den Weg zu machen. Damals allerdings hatte er noch nicht wissen können, dass das Schicksal etwas anderes mit ihm vorhatte, dass er bald darauf in einen harten Kampf und in Gefangenschaft geraten und dann durch eine Zeitreise in der Zukunft landen würde. So blieb sein eigentliches Vorhaben unerfüllt. Gegenwart Sir James, mein Chef, hatte dafür gesorgt, dass die Mannschaft schnell am Ziel war. Die Mordkommission und die Spurensicherung brauchten sich nicht besonders anzustrengen, denn dieser Fall war längst an mich übergegangen. Ich erklärte dem leitenden Kollegen nur, wie es zu dem Mord gekommen und dass der Mörder verschwunden war. Leider hatten wir keine Reifenspuren nehmen können und auch der tote Messerwerfer trug keine Papiere bei sich. Wir fanden nur ein paar Scheine Bargeld. Eines stand und ich war davon überzeugt, dass hinter ihm eine ganze Organisation stand. Ich hatte nicht vergessen, dass Alvarez von den Hütern der Apokalypse gesprochen hatte, einer Gruppe von Leuten, die nach dem ewigen Leben strebten. Wie das aussehen sollte, das konnte ich mir schlecht vorstellen. Meine Gedanken glitten dabei immer zurück zu den Blutsaugern, denn sie waren davon überzeugt, das ewige Leben zu besitzen. Solange nicht jemand erschien und ihnen einen Pflock durch das Herz jagte oder ihnen den Schädel zerschoss. Und Alvarez hatte von Blut gesprochen, das für diese Leute wichtig war. Da konnte ich es drehen und wenden, ich hatte keine Idee, wie das Blut und das ewige Leben zusammenpassten. Alvarez war Spanier und er hatte mir gesagt, dass eine Spur ins Grenzgebirge zwischen Frankreich und dass ich es nicht hatte verhindern können, dass die andere Seite ihn getötet hatte. Aber es zeigte mir auch, dass diese Mitglieder international agierten. Der Kollege, der den Einsatz leitete, kam zu mir. Er sah überarbeitet aus und hatte müde Augen. Bleibt es dabei, dass Scotland Yard alle weiteren Nachforschungen übernimmt, Mr. Sinclair? Darauf können Sie sich verlassen. Er lächelte erleichtert. Das nahm ich ihm ab und wollte auch nicht genauer nachfragen. Von den Leichen waren Fotos geschossen worden. Das Bild des Messerwerfers war bereits an unsere Fahndungsabteilung gemailt worden, damit man sich um eine Identifizierung kümmerte. Ob es gelang war nicht sicher, aber ich wollte eben nichts unversucht lassen. An diesem Abend hatte ich Er würde nicht eben glücklich sein und hoffentlich so nachdenklich werden, dass er mir mehr über die Hintergründe verriet, falls er mehr darüber wusste. Obwohl die Kirche recht einsam stand, hatte sich irgendwie herumgesprochen, dass sich hier etwas abgespielt hatte. Auch der Pfarrer hatte etwas gehört. Ich sah ihn auf seinem Rat kommen. Das Licht seines Scheinwerfers tanzte hin und her. Er war völlig Schwer atmen stand er vor mir. Er hatte zwei Särge gesehen und wollte sicher sein. Liegen in den Särgen Tote? Leider, gab ich zurück. Der Pfarrer, ein kleiner Mann mit hellen Haaren, schlug die Hände gegen seine Wangen. Das ist ja furchtbar. Man hat mich alarmiert, weil man die Lichter der Streifenwagen sah. Ich hatte es ja nicht recht glauben können, aber jetzt sehe ich es anders. Das müssen sie auch. Und wer kam um? Ich sprach ihn auf den Namen Alvarez an. Nein, Sir, den kenne ich nicht. Der Name ist mir noch nie unter gekommen. Ich traf ihn in ihrer Kirche. Als wir nach draußen gingen, brachte man ihn durch einen Messer Wurf um. Sein Mörder wurde ebenfalls getötet. Der Geistliche sagte nichts. Er mit dem Namen Alvarez kann ich wirklich nichts anfangen. Vielleicht ändert sich das ja, wenn Sie ihn sehen. Moment, der Pfarrer trat einen Schritt von mir weg. Er liegt doch im Sarg. Den kann man öffnen. Der Geistliche wusste nicht, was er sagen sollte. Nun ja, wenn Sie das so sehen, will ich Ihnen nicht im Weg stehen. Okay, dann kommen Sie mit. Die beiden Särge lag. Der Sarg wurde geöffnet und ich holte meine Lampe hervor, damit der Pfarrer den Toten besser sah. Nun, der Mann sagte zunächst nichts. Er schaute sich den Toten länger an, runzelte einige Male die Stirn und nach einer Weile sah ich ihn nicken. Sie kennen den Toten? Ja. Plötzlich keimte Hoffnung in mir auf. Dann bin ich mal gespannt, was Sie zu erzählen haben. Er ist mal hier gewesen. Wann war das? Es liegt schon einige Tage zurück, aber er hat nicht gesagt, dass er Alvarez heißt. Was wollte er denn hier? Das weiß ich nicht genau. Ich legte den Kopf schief. Bitte Hochwürden, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Pfarrer nickte zu dem Toten hinab. Ja, er hat sich hier umgesehen, nachdem er mich um Erlaubnis gefragt hatte. In der Kirche? Genau, dann hat er mir noch zu verstehen gegeben, dass er sich für alte Beichtstühle interessiert. Er wollte wohl einen Artikel darüber schreiben. Das ist ungewöhnlich. Ja, der Pfarrer räusperte sich, so kam es mir auch vor, sehr ungewöhnlich, aber ich habe ihm die Bitte nicht abschlagen können. Und was sagte er, nachdem er sich bedankt und war anscheinend sehr zufrieden. Mich hat nur gewundert, dass er kein Foto schoss. Er hob die Schultern. Aber das ist nicht mein Problem. Das stimmt. Viel weiter hatten mich die Aussagen des Pfarrers auch nicht gebracht. Ich stand mal wieder am Anfang, was ich gewohnt war. Ich musste nur die Aussagen des Spaniers in die richtige Reihenfolge bringen. Noch war ich ein wenig überfragt. Aber ich wollte dies nicht allein durchziehen. Auch musste ich von meinem Freund Vater Ignatius verlangen, mir zu sagen, was er wirklich wusste. Und schon jetzt war ich mir sicher, dass ihm der Begriff Hüter der Apokalypse nicht neu war. Haben Sie sonst noch Fragen, Sir? Nein, Hochwürden, die habe ich nicht. Ich darf mich aber bei Ihnen bedanken. Er war noch nicht in seine Kirche gegangen und fragte mich, ob sich dort etwas verändert hätte. Zwar kenne ich Ihre Kirche nicht, aber ich denke nicht, dass es zu einer Veränderung gekommen ist. Am besten schauen Sie selbst mal nach. Ja, das werde ich. Danke nochmal für Ihre Auskünfte. Hier hielt mich nichts mehr. Ich verabschiedete mich von den Kollegen und fuhr zurück nach London. Der Tag war für mich noch nicht vorbei, auch wenn sich schon die Dunkelheit über das Land gelegt hatte. Ich wusste, dass noch eine Menge Arbeit auf mich wartete. Sophie Blanc war sich vorgekommen wie eine Wächterin. Ihr Mann war tatsächlich in sein Zimmer gegangen und dort auf der Liege wieder eingeschlafen. Die Tage im Kloster vergingen nie, ohne dass irgendeine Arbeit zu tun war, in die Godwin mit einbezogen wurde. An diesem Tag allerdings mussten die Templer ohne ihren Anführer auskommen. Sophie wehrte alles ab und griff zu einer kleinen Notlüge, indem sie erklärte, dass sich Godwin nicht wohlfühlte, weil er unter einer Erkältung litt. Sie blieb bei ihm, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatte, nach Allée Le Bon zu fahren, um dort einige Einkäufe zu erledigen. Es mussten Lebensmittel bestellt werden, und das in einer großen Menge, worüber sich die Händler im Ort bestimmt freuen würden. Aber das wollte sie verschieben, zumindest bis zum Nachmittag, denn dann war Godwin bestimmt erwacht. Und so wartete sie, was ihr nicht gefiel. Einige Male ging sie in den Garten und half zwei Brüdern beim Einsammeln von Laub, das später verbrannt werden sollte. Gegen Mittag betrat sie wieder ihre Wohnung. Sie wollte zu ihrem Mann, verschob dies auf später, weil sich das Telefon im Arbeitszimmer meldete. Rasch schob sie ab. Sie hörte die Stimme des Bruders, der Telefondienst hatte. Ich habe einen Anrufer in der Leitung, der sich nicht abwimmeln lässt und unbedingt Gottwin sprechen möchte. Hat er gesagt, um was es geht? Leider nicht, er wollte es ihm persönlich sagen. Sophie belegte und entschied sich dann blitzschnell. Es ist okay, stellen Sie den Anruf durch, Pierre. Gut. Ein paar Sekunden später hörte Sophie die fremde Männerstimme an ihrem Ohr. Spreche ich mit Gottwin de Salier? Sophie Blanc überlegte, was sie antworten sollte. Sie musste sich innerhalb von Sekunden entscheiden. Zugleich dachte sie über den Klang der Stimme nach, der ihr alles andere als sympathisch war. Nur konnte sie sich nicht verstellen und so tun, als wäre sie ihr eigener Ehemann. Nein, das ist nicht der Fall. Pause, abwarten, dann die Frage, die recht barsch gestellt wurde. Wer sind Sie dann? Sophie ließ sich nicht gern abkanzeln. Ich gebe die Frage zurück, sagte sie spröde. Wer sind Sie? Das hat sie nichts interessieren. Sehr schön, Monsieur Unbekannt, dann ist für mich unser Telefonat beendet. Halt, legen Sie nicht auf. Was wollen Sie noch? fragte sie stöhnend. Sie können ihm etwas bestellen. Und was? Erst hörte sie ein Lachen, danach wurde der Anrufer konkreter. Fragen Sie Godwin de Salier, ob er sich noch an mich erinnert. Ach, und wer sind Sie? Diesmal erhielt sie keine Antwort mehr. Die Verbindung war unterbrochen. Sophie hielt den Apparat noch etwas länger fest, bevor sie ihn auf die Station stellte. Wenn sie ehrlich gegen sich selbst war, dann hatte sie der Anruf schon beunruhigt. Sie mochte keine Menschen, die ihren Namen nicht sagten, die hatten meist etwas zu verbergen. Und sie dachte an den ungewöhnlichen Traum ihres Mannes. Zwar wollte sie dafür nicht die Hand ins Feuer legen, aber sie glaubte schon daran, dass dieser Anruf etwas mit dem Traum zu tun haben konnte. Aber war das überhaupt ein Traum, der Gottwin gequält hatte? Oder musste man da von der Erinnerung aus einem Leben sprechen, das vor einigen Jahrhunderten stattgefunden hatte und dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart reichten? Da war das Wort Traum nur so etwas wie der Versuch einer Erklärung. Es konnte etwas ganz anderes dahinter stecken und das musste nicht eben positiv sein. Auch wenn sie es nicht gern tat, aber sie hatte sich entschlossen, ihren Mann zu wecken. Das brauchte sie nicht, denn die Tür wurde geöffnet und auf der Schwelle erschien ein verschlafen aussehender Gottwin. Er stand da, eben telefoniert? Ja. Gottwin ging auf einen Stuhl zu und setzte sich. Der Templer war normal gekleidet. Er hatte sich nicht ins Bett gelegt, sondern auf eine Liege nebenan. Und mit wem hast du gesprochen? Es war ein Mann, er hat mir seinen Namen allerdings nicht genannt. Der Templer runzelte die Stirn. Das ist ungewöhnlich. Wie war das denn mit dem Anruf? Hat man ihn zu uns verbunden? Ja, das hat man. Sophie hob die Schultern. Dann berichtete sie von dem Anruf, der praktisch keinen Inhalt gehabt hatte. Sie berichtete ihrem Mann vom letzten Satz, den der Anrufer gesprochen hatte. Ich soll mich an ihn erinnern? Ja, Gottwin, das hat er so gesagt. Und weiterhin keinen Hinweis gegeben? So ist es. Er hat uns im Unklaren gelassen. Ich bin da über fragt, Gottwin. Es ging bei diesem Anruf allein um dich, aber ich weiß nicht, was er von dir wollte. Ich soll mich erinnern, murmelte Gottwin und sprach weiter. Und dann habe ich diesen Traum gehabt, der eigentlich keiner war, sondern etwas, das ich damals in der Realität erlebt habe. Sophie unterbrach ihren Mann. Hast du denn vor dem jetzigen und was? Gottwin schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, ob man da von einem Traum sprechen kann. Das ist anders gewesen. Das war wie beim ersten Mal. Eine Erinnerung an die Zeit der Kreuzfahrer. Es ist alles sehr plastisch gewesen. Ich sah die Dinge wie zum Greifen vor mir. Wenn ich normal versuche, mich an mein damaliges Leben zu er korrigierte sich selbst. Nein, das kann man nicht so sehen. Ich glaube eher, dass mir diese Erinnerung geschickt wurde. Und von wem? Gottwin lachte bitter. Wenn ich das wüsste, ich habe leider nicht die leiseste Idee. Könnte es denn mit dem Anrufer zu tun haben? Der Templer gab zunächst keine Antwort, weil er erst nachdenken musste. Danach sprach er davon, dass es schon im Bereich des Möglichen lag und seine Frau wollte wissen, ob er sich nicht doch an einen Namen erinnern könnte. Nein, eigentlich nicht. Aber du bist in deiner Erinnerung nicht allein gewesen oder sehe ich das falsch? Nein, nein. Dann sollten wir nochmal darüber sprechen, was du in deiner Erinnerung erlebt hast. Kannst du deinen, ich sage mal Traum, nochmal zurückholen und über Einzelheiten sprechen? Ich werde es versuchen. Jedenfalls ging es um den Baum und dessen Früchte. Okay, ich höre. Es fiel dem Templer sichtlich schwer, alle Einzelheiten hervorzukramen. Vieles wollte wieder verschwinden, aber die wesentlichen Dinge hatte er doch behalten, und Sophie saugte jedes Wort in sich auf. Sie wollte ihren Mann auch nicht durch Zwischenfragen aus dem Konzept bringen, ließ ihn reden, und als er fertig war, stand er auf, um eine Flasche Wasser aus dem kleinen Kühlschrank in seinem Arbeitszimmer zu holen. Erst nachdem Gottwin getrunken hatte, ergriff Sophie das Wort. Das ist phänomenal. Gottwin stellte die Flasche auf den Tisch. Meinst du? Ja, davon bin ich überzeugt. Es der Baum der Erkenntnis gewesen sein. Das weiß ich nicht, Sophie. Gottwin hob die Schultern. Es gibt ja viele Geschichten um die Bibel herum. Eigentlich ist diese Felsenbirne kein Baum, der in der Wüste blüht. Aber dieser hat es getan und sogar Früchte getragen, die ich ausquetschen konnte. Der Saft lief in dieses Gefäß, das sehe ich deutlich vor mir. Ich war und dann traf mich der Schlag. Ich war nur bewusstlos. Mein Pferd wurde getötet und du hast recht, es gibt eigentlich eine Erklärung für diesen Vorgang. Es muss mein Begleiter gewesen sein, der sich zu dieser Tat hat hinreißen lassen. Er ist dann mit dem verschwunden, was ich unter so großen Mühen gefunden habe. Hast du nie danach gesucht? Das kann ich dir nicht sagen, Sophie. Meine Erinnerung lässt mich da im Stich. Es waren aber schlimme Zeiten. Kein Taglicht im Vorherigen. Wahnsinn war das. Wir wurden immer wieder in Kämpfe verwickelt. Ich geriet doch in Gefangenschaft und wäre normalerweise nach einer Folter umgebracht worden. Dann kam dieser Zeitsprung. Ausgelöst durch John Sinclair. Und jetzt bin ich hier. Sophie lächelte. Sie ging auf ihren Mann zu Ja, ich bin froh, dass du hier bist und dass das Schicksal uns diesen Weg gewiesen hat. Danke. Nur hatte ich gedacht, dass die Vergangenheit vorbei ist. Es sind einige hundert Jahre verstrichen und ich soll mich wieder an den Mann, der angerufen hat, erinnern? Das hat er gesagt. Sophie stemmte die Hände in beide Hüftseiten. Ich kann dir auch sagen, an wen du dich wieder erinnern sollst. Jedenfalls glaube ich daran. Meinst du damit meinen Begleiter? Ja, woran sonst? Bestimmt nicht an die Zeit und an die Kämpfe. Das ist etwas ganz Persönliches. Der Meinung bin ich. Er unterbrach sie. Aber mein Begleiter damals kann nicht überlebt haben. Ich denke nicht, dass er ein ähnliches Schicksal erlebt hat wie ich. Das wird wohl so sein. Also ist diese Spur nicht mehr vorhanden. So leicht gab Sophie nicht auf. Und warum bist du dann angerufen worden? Gottwin verengte die Augen, als er darüber nachdachte. Es kann so etwas wie ein Anfang gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass noch etwas folgt. Kann sein. Gottwin räusperte sich. Dann sollten wir uns darauf einstellen. Und wie? Hast du eine Idee? Nein, keine konkrete. Aber wir werden unsere Brüder hier im Kloster warnen, dass sie die Augen besonders gut aufhalten sollen. Hast du nichts Konkretes? Nein, Sophie. Er ging zur Tür und blieb davor noch mal stehen. Aber was ich weiß ist, dass etwas unterwegs ist, das noch auf uns zukommen wird. Er tippte gegen seinen Kopf. Du kennst meine Ahnungen und weißt, dass ich mich selten geirrt habe. Ich war trotz der späten Stunde ins Büro gefahren, saß an meinem Schreibtisch und hielt den Telefonhörer gegen mein linkes Ohr gedrückt, sagte nichts und wartete auf eine Antwort, die allerdings noch nicht erfolgte, denn Vater Ignatius musste erst das verdauen, was er von mir erfahren hatte. Dass Alvarez tot war, musste ihn hart getroffen haben. Als er widersprach, wollte er auch wissen, ob ich diesen Mord wirklich nicht hätte verhindern können. Nein, das ist mir leider nicht gelungen. Ich hätte es gern getan, doch die andere Seite war schneller. Und ich habe keine Ahnung, um wen es sich dabei handelt. Wir haben zwar diesen Mörder erwischt, doch sein Kumpan hat ihn umgebracht und ist geflüchtet. Und jetzt müssen wir erst mal herausfinden, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht kann uns unsere elektronische Kartei dabei helfen. Alvarez kann es ja nicht mehr. Dabei würde es mich stark interessieren, was er herausgefunden hat. Jetzt antwortete Ignatius. Er war einer unserer Scouts. Er war unterwegs, weil er einem alten Geheimnis auf die Spur kommen wollte, dessen Ursprung in der Zeitenwende gelegen haben soll. Ich wunderte mich. So weit zurück? Die Basis. Und dann? Haben die Templer etwas damit zu tun? Ich kann dir nur nicht genau sagen, was es ist. Jedenfalls haben sie sich auf die Suche begeben und scheinen das Geheimnis auch gelüftet zu haben. Weißt du denn mehr? Nein, ich gehe noch immer von einer Legende aus. Ignatius atmete schwer, bevor er weitersprach. Die Legende dreht sich um einen Baum, um eine Felsenbirne, die plötzlich Früchte getragen hat. Aus dem Holz dieses Baumes wurde das Kreuz des Erlösers hergestellt und einige Zeit nach seinem Tod hat der Baum plötzlich Früchte getragen. Das ist sonst nie geschehen und die Menschen damals müssen fasziniert gewesen sein, aber nicht nur die Menschen damals. Auch heute haben sich wieder Personen daran erinnert und sind auf der Suche. Nach dem Baum? fragte ich. Das kann ich dir nicht sagen, John. Ich glaube es nicht, aber es muss etwas mit dem Baum zu tun haben. Das hat Alvarez herausgefunden. Er war bestürzt. Er hat ja von den Hütern der Apokalypse gesprochen, aber was sie genau mit diesem Baum zu tun haben, das konnte er mir auch nicht sagen. Ich wollte ja, dass Alvarez mit dir redet. Er hat es nicht mehr geschafft, weil die andere Seite schneller war und auch vor einem Mord nicht zurückschreckte. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, aber da ist noch etwas, über das wir reden sollten. Woher kam Alvarez? Er war Spanier. Er hat einige Jahre im Kloster Montserrat verbracht. Dort hat er seine Forschungen betrieben und muss sagte ich. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dreht sich alles um den Baum, den es zu finden gilt, oder liege ich da falsch? Im Prinzip ist das richtig, aber ich glaube nicht, dass es um den Baum selbst geht, sondern um dessen Frucht. Sie ist so wertvoll. In ihr muss eine große Kraft stecken, die leider in falsche Hände gefallen ist, wenn ich das mal einfach, man muss sie nur finden. Genau das hatte Alvarez vor. Ich denke, dass er ihnen bereits auf der Spur gewesen ist. Es ist möglich, dass sich die Bande in einem einsamen Tal der Pyrenäen versteckt hat. Ich habe Alvarez den Tipp gegeben, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Er gab zu, dass ihm die Probleme über den Kopf wuchsen. Allerdings konnte ich nicht wissen, dass man ihm schon so dicht auf den Fersen war. Das genau war die Tragik. Ich wechselte den Hörer in die andere Hand. Aber ich möchte noch auf etwas zurückkommen, das mir nicht aus dem Kopf will. Du hast vorhin von den Templern gesprochen. Habe ich da richtig gehört? Das hast du. Und du weißt selbst, wie tief meine Freundschaft zu den Templern in Lelebar ist. Dann könnte es durchaus sein, dass sie etwas über diesen Baum wissen, denn sie beschäftigen sich gern mit der Vergangenheit, besonders wenn es sich dabei um ihre eigene handelt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aussicht auf einen Erfolg sehe ich allerdings nicht. Es liegt alles zu weit zurück und ob etwas darüber in den Geschichtsbüchern steht, kann ich nicht sagen. Er räusperte sich. Ich Alvarez zu sprechen. Weißt du denn, ob er Kontakt gehabt hat zu Personen, die ihm mehr über diese Hüter der Apokalypse erzählen konnten? Das weiß ich nicht schon. Will es aber auch nicht ausschließen. Alvarez war ein Einzelgänger. Auch recht verschlossen und er war jemand, der sich, wenn er mal Blut geleckt hatte, nicht so leicht von der Fährte hat abbringen lassen. Wir Frau, als Versteck oder Basis ist diese Einsamkeit nicht schlecht. Gut, Ignatius, ich werde mich darum kümmern. Jedenfalls kennt die andere Seite keine Rücksicht, wenn es um ihre Ziele geht, und das kann man nicht so stehen lassen. Ich weiß, dass du alles geben wirst, John. Hoffentlich reicht das auch. Das Gespräch war beendet, und ich lehnte mich auf meinem Schreibtischstuhl zurück. Im Büro hielt sich niemand mehr auf. Auch das Vorzimmer war leer. Glenda Perkins hatte längst Feierabend gemacht. Danach sehnte ich mich zwar auch, doch so einfach war das nicht. Ich hatte einige Kollegen heiß gemacht und war gespannt, ob es ihnen gelingen würde, den Toten zu identifizieren. Unsere Kartei war gut bestückt, und es gab auch Verbindungen zwischen den einzelnen Polizeiorganisationen in anderen Teilen der Welt. Ich hatte die Kollegen gebeten, mich anzurufen. Noch war dies nicht geschehen. Das lange Reden hatte meinen Mund trocken gemacht, und so ging ich in den Nebenraum, um mir einen Kaffee zu holen, den ich kurz nach meiner Ankunft selbst gekocht hatte. Ohne Menschen waren die Büros irgendwie tot. Glendas Geist fehlte schon. Nach dem zweiten Schluck meldete sich das Telefon. Auf der Schreibtischkante sitzend hob ich ab. Sinclair, Barclay hier. Das war der Kollege aus der Fahndung. Und, hast du schon was rausgefunden? Ja und nein. Das hört sich zumindest nicht schlecht an. Er lachte und sagte dann, wir haben wirklich alles getan und auch internationale Karteien aufgerufen, weil wir in der Nationalen nichts gefunden haben. Sagt dir der Name Cassell Food etwas? Muss er das? Eigentlich nicht, es sei denn, du gehst öfter einkaufen. Cassell Food ist ein französischer Lebensmittelkonzern, der auch in europäische Nachbarländer exportiert. Sie stellen alles Mögliche her. Tütensuppen, Gerichte, die man nur in die Mikrowelle stellen muss, also alles, was du schnell verspeisen kannst. Ah, und was hat das mit meinem Fall zu tun? Das Hierarchie ziemlich weit oben stand. Wir haben sein Gesicht auf der Internetseite des Konzerns entdeckt. Cassell Food scheint sich gern abzuschotten. Das ist ein Hammer, sagte ich. Schön, John, dass man dich auch mal überraschen kann. Hast du auch einen Namen? Ja, er heißt Luigi Kraft. Hört sich seltsam an. Das ist uns egal. Mehr war über ihn nicht herauszufinden. Ob er Konzerns zu gewährleisten. Und da ist er bestimmt nicht der Einzige. Da hast du recht, Barclay. Ich gehe sogar davon aus, dass er von seinen eigenen Leuten erschossen wurde. Man will Spuren verwischen. Und dieser Konzern hat seinen Sitz in Frankreich? So ist es. Wo dort? Im Süden, in der Nähe von Narbonne. Ah ja, ich weiß Bescheid. Die Stadt liegt an der nur positive Dinge, die du auf der Homepage lesen kannst. Da sind sie die größten und ihre Gerichte sind die Schau überhaupt. Werbung ist alles. Danke nochmal für deine Mühe, Barclay. Bringt es dich weiter? Das will ich hoffen. Dann viel Glück. Gar nicht gebrochen. Das Telefonat war vorbei und ich musste mir das Gehörte durch den Kopf gehen lassen. Dass dieser Luigi Kraft für Gedanken wäre ich nie gekommen. Aber jetzt stand ich vor einem neuen Problem. Wie brachte ich beides zusammen? Den Kassel-Konzern und diese Hüter der Apokalypse? Ich wusste es nicht. Das Puzzle lag vor mir. Jetzt musste ich es nur noch ordnen. Ich fing nochmal von vorne an, über alles nachzudenken. Alvarez war tot. Aber er hatte zuvor mit mir gesprochen und die andere Seite wusste nicht, welche Dinge er mir verraten hatte. Demnach waren meine Gegner verunsichert. Um wieder sicher sein zu können, mussten sie mich ebenfalls in ihre Gewalt bekommen oder umbringen. Dieser Konzern unterhielt so etwas wie eine Sicherheitstruppe. Rekrutierten sich aus ihr eventuell diejenigen Personen, die als Hüter der Apokalypse bekannt waren? Der Gedanke war nicht so weit hergeholt. Für mich war es interessant, wenn ich nicht wusste, wer mir nähere Auskünfte über ihn geben konnte. Zumindest nicht hier. Aber er hatte seinen Sitz in der Bonn und diese Stadt lag nicht weit vom Sitz meiner Templer Freunde in der Lele Bau entfernt. Wieder beschäftigte ich mich mit den Templern, denn sie waren auch von Ignatius erwähnt worden. Sollten sie mit dazu beitragen können, das Rätsel zu lösen? Ausschließen wollte ich es nicht und ich nahm mir vor, mit Godwin de Salier Kontakt aufzunehmen. Allerdings nicht mehr an diesem Abend. Morgen früh war auch noch ein Tag. Zuko war mit der U-Bahn gefahren. So stand mir der Rover zur Verfügung. Mit ihm wollte ich nach Hause fahren und dort auch mit Zuko über den Fall reden. Möglicherweise hatte er eine Idee, wie wir alles angehen konnten. Der Wer leitete diesen Konzern? Gab es einen Besitzer oder einen Geschäftsführer? Das wollte ich am nächsten Tag herausfinden. Schon jetzt hatte ich den Eindruck, in ein Wespennest gestochen zu haben. Es war etwas in Bewegung geraten, das möglicherweise vor 2000 Jahren seinen Ursprung gehabt hatte. Der Rover stand bereit. Ich stieg ein und verließ das Jardgelände. Weit kam ich nicht, denn schon Er kam mir sogar gelegen. So konnte ich mit Suko telefonieren und ihm sagen, dass ich an diesem Abend noch vorbeikommen wollte. Leider hob niemand ab. Wahrscheinlich waren er und Schau unterwegs. Dann würde ich sie eben überraschen. Das Wetter zeigte sich von seiner herbstlichen Seite. Es war diesig, ein leichter Sprühregen sickerte aus den tiefen Wolken und dementsprechend gestaltete sich auch der und immer wieder geriet ich in einen Stau. Dabei lag meine Wohnung nicht so weit entfernt, aber in London zu fahren hieß auch, sich in Geduld fassen zu müssen. Wieder einmal musste ich stoppen. Neben mir hielt ein Sprinter. Einer dieser schnellen Transporter, die immer mehr in Mode kamen. Ich verschwendete keinen Blick an ihn und hätte es besser getan, aber später ist man immer schlauer. Ich hätte auch meine Autotüren verschließen sollen, was ich auch versäumt hatte, und so wurde die Beifahrertür plötzlich aufgerissen. Ich sah den Oberkörper eines Mannes, dann ein Gesicht, das verzogen war, und genau vor diesem Gesicht tauchte ein Gegenstand auf, der ein zischendes Geräusch abgab. Einer sprühte etwas in mein Gesicht, und dann hatte ich erst mal Sendepause. Ich wurde nicht bewusstlos, aber ich war auch nicht in der Lage, etwas zu unternehmen. Ich hing in meinem Sitz, bekam eigentlich alles mit, konnte nichts tun und blieb in dieser wehrlosen Haltung. Mein Gehör funktionierte noch, und so vernahm ich die fremde Stimme. Dies ist unsere erste und auch letzte Warnung. Wenn du deine Finger nicht von diesem Fall lässt, bist du tot. Die Hüter der Apokalypse kann niemand aufhalten, auch du nicht. Kümmere dich um andere Fälle, aber nicht um uns. Ich wollte etwas sagen, doch es war nicht möglich. Mein Gesicht war vereist. Es gelang mir nicht, meine Lippen zu bewegen. Ich war aus dem Verkehr gezogen. Jemand umklammerte meinen Hals und schüttelte mich durch. Hast du das begriffen? Ich wollte ihm antworten, konnte es aber nicht. Dann hörte ich einen Pfiff und das Gesicht vor mir verschwand. Ich allerdings verschwand nicht. Ich lag angeschnallt halb auf meinem Sitz und war ziemlich groggy. Noch immer hatte sich die Eiseskälte auf meinem Gesicht verteilt. Andere Autofahrer hupten. Ich wusste, was sie wollten. Sie forderten mich auf, weiterzufahren, aber das war nicht möglich. Noch immer war ich zu erledigt und erst allmählich ließ die Lärmung in meinem Gesicht nach. Ich raffte mich so weit auf, dass ich in einer normalen Haltung saß. Trotzdem drückte ich den Kopf nach vorn und presste die Hände gegen mein Gesicht. Dieser Überfall hatte mich schockartig getroffen. Allerdings hatte er mir bewiesen, wie nahe sich meine Gegner schon an mich herangetastet hatten. Dass sie mich am Leben gelassen hatten, wunderte mich. Aber wahrscheinlich hätte der Mord an einem Jagdbeamten im Moment ein zu großes Aufsehen erregt. Also war es zunächst bei der Warnung geblieben. Jemand zerrte die Fahrertür auf. Ich drehte den Kopf und sah in das Gesicht einer Frau, das einen besorgten Ausdruck zeigte. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin ausgebildete schwerer Zunge, aber mir geht es schon wieder besser. Sie ließ nicht locker. Ist Ihnen schlecht geworden oder ist Ihr Kreislauf nicht in Ordnung? Keine Sorge, ich bin okay. Aber etwas muss doch... Bitte lassen Sie mich mal durch. Eine Männerstimme hatte gesprochen. Die Frau wurde zur Seite geschoben und ein uniformierter Kollege beugte sich in meinen Rover. Alles okay, Sir? Ja, fast. Hören Sie, ich bin soeben überfallen worden. Der Mann muss aus einem Transporter gestiegen sein, der neben einem Wagen angehalten hat. Seine Farbe war hell. Haben Sie zufällig etwas davon mitbekommen? Nein, das habe ich nicht. Aber was ist mit Ihnen? Fehlt Ihnen etwas? Können Sie eine Beschreibung der Person liefern? Es ging alles zu schnell und mir fehlt auch nichts. Ist schon gut, Officer. Er Ich holte meinen Ausweis hervor und hielt ihn dem Mann entgegen. Er las und sagte, Oh, Sie, Sie sind genau ein Kollege. Soll ich Sie zu Ihrem Ziel bringen? Es war sehr nett von dem Officer. Ich fühlte mich wieder okay, denn die Lähmung war verschwunden. Und deshalb lehnte ich seine Hilfe ab. Danke, ich komme schon zurecht. Dann ist es ja gut. Er schlug die Tür zu und ließ mich allein. Etwa eine Viertelstunde später lenkte ich den Rover in die Tiefgarage. Da die Einfahrt recht hoch war, hätte auch ein Transporter hindurch gepasst, aber innerhalb der Garage fiel mir kein Wagen auf. Die Normalität hatte mich wieder. Ich ärgerte mich nur darüber, so überrumpelt worden zu sein. Dieser Zustand legte sich auch in meiner Wohnung nicht, wo ich mir zunächst das Gesicht wusch. Das Geschehene ließ mich nicht los, und ich hatte den Eindruck, dass ich an zwei Schauplätzen kämpfen musste. Zum einen hier in London und zum anderen möglicherweise in der Einsamkeit der Pyrenäen, wo mein Freund Godwin de Salier lebte, und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Fall auch ihn etwas anging, denn Er ran weich durch meine Kehle und sorgte auch für eine gewisse Entspannung. Succo wollte ich natürlich informieren, aber zuvor war der Kontakt mit meinem Freund Godwin de Salier wichtiger. Möglicherweise konnte er mir auch mehr über den Konzern Cassel sagen. Die Stunden waren dahingeschlichen und es hatte sich nichts getan, was Godwin de Salier leicht unruhig werden ließ. Er war kein Mensch, der gern wartete und einen zweiten Anruf hat es auch nicht mehr gegeben. So war er mit seinen Gedanken und Grübeleien allein. Selbst Sophie änderte daran nichts. Irgendwann sagte sie, du weißt, dass ich mir für heute etwas vorgenommen hatte. Was denn? Die Bestellungen für die Einkäufe. Der Templer schlug gegen seine Stirn. Tut mir bleibe hier. Sophie zog ein skeptisches Gesicht. Bist du sicher, dass noch etwas passiert? Ich hoffe auf einen Anruf. Du hast nur mit ihm gesprochen, aber es geht um mich und ich glaube nicht, dass man sich mit der Warnung an mich zufrieden geben wird. Sophie hob die Schulter. Ich kann mich nicht in dich hinein versetzen, aber es ist deine Sache. Ja, leider. Er stand auf und ging zum Fenster. Ich habe das Gefühl, dass wir umzingelt sind. Irgendeine Seite will etwas von uns und das Motiv liegt in der Vergangenheit begraben. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ob es nicht eine Person gibt, der das gleiche passiert ist wie mir. Was heißt das genau? Dass sie ebenfalls durch einen Zeitsprung in der Gegenwart gelandet ist. Jetzt war es stand starr auf dem Fleck. Sie war nicht mehr in der Lage etwas zu sagen. Sie schaute ihrem Mann nur ins Gesicht. In ihren Blick stahl sich der Ausdruck der Furcht und mit leiser Stimme fragte sie Das kann doch nicht möglich sein, oder? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Für mich wäre das jedenfalls schrecklich. Noch einer? Aber wer? Da käme nur einer Anfrage. Und zwar derjenige, der an meiner Seite war, als ich den Baum fand, der mich niedergeschlagen hat, obwohl ich das nicht beweisen kann, verstehst du? Ja, dieser Jérôme Cassell. Genau. Sie sprach weiter. Aber warum erst jetzt? Warum nicht schon früher? Kannst du dazu etwas sagen? Nein, das kann ich nicht. Ich kenne die Einzelheiten nicht, und ich weiß, dass ich nichts geht verloren, alles ist im Fluss und Sophie unterbrach ihn. Brauchst du Hilfe? Du denkst an John Sinclair? Zum Beispiel. Wie sollte er mir denn helfen können? Sie hob die Schultern. Ich weiß es nicht. Du kannst es dir ja noch überlegen. Sophie griff nach dem Mantel, den sie schon geholt hatte. Ich jedenfalls muss noch meine Einkäufe erledigen, sonst schließen die Geschäfte. Gut, dann sehen wir uns später, aber bitte Sophie, halte die Augen auf. Das mache ich doch immer, aber heute besonders weit. Schon gut, du kannst dich auf mich verlassen. Nach diesem Satz verließ sie ihren Mann, der noch länger zur Tür schaute, durch die sie verschwunden war. In seiner Brust spürte er einen Druck, der ihm das Atmen erschwerte. Es war wie dem er nicht entkommen konnte. Er fragte sich auch, ob es die Angst vor der Zukunft war. Das konnte durchaus sein, denn in einem Fall wie diesem war alles möglich. Jedenfalls lag für ihn eine Bedrohung in der Luft, und das hatte etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Wieder schaffte er es, sich an seinen Traum zu erinnern. Er hatte den Baum gefunden, er hatte die Früchte gepflückt und sie ausgepresst. Er hatte den Saft in das Gefäß laufen lassen, und es war alles perfekt gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, als er niedergeschlagen worden war. Jérôme Cassel. Mehrmals flüsterte er den Namen des Mannes, der ihn so enttäuscht hatte. Gibt es dich noch? Hast du das gleiche Schicksal erfahren wie ich? Er wusste keine Antwort, und wie hypnotisiert starrte er das Telefon an. Würde sich der Anrufer noch mal melden? Wenn ja, wann würde es geschehen? Obwohl er sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen ließ, war so ein Nervenkrieg nichts für ihn. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er allein gewesen wäre, so aber lastete eine Verantwortung auf seinen Schultern. Sie galt nicht nur ihm allein, sondern auch seiner Frau und den Brüdern hier im Kloster und es im Lauf der Zeit immer wieder Angriffe hatte erleben müssen. Urplötzlich änderte sich alles. Da meldete sich das Telefon. Gottwin stand auf der Stelle und erstarrte. Sekundenlang rührte er sich nicht, bis er sich überwand und zum Apparat ging. Er rub ab und wollte etwas sagen, doch dazu kam er nicht, denn der Anrufer war schneller. Jetzt habe ich dich endlich am Ohr, mein Freund. Sophie Blanc hatte den Clio aus der Garage geholt und fuhr damit in den Ort. Der Tag war inzwischen dabei, sich zu verabschieden. Allmählich dunkelte der Himmel ein und Sophie wusste, dass sie sich beeilen musste, um die Einkäufe zu erledigen. Sie selbst würde nichts ins Kloster bringen, sie gab nur die Bestellungen bei den Geschäften auf. Die Kaufleute brachten die Waren dann später zum Kloster. Sie stellte den Wagen in der Ortsmitte auf einem Parkplatz ab und ging die nächsten Wege zu Fuß. Das war bei ihr schon Routine. Sie ging die einzelnen Händler der Reihe nach ab und sie begann bei einem Metzger, der Bio-Fleisch verkaufte. Um diese Zeit war sie die einzige Kundin. Licht, als sie sah, wer da ihren Laden betreten hatte. Hallo Sophie, so spät noch. Ja, leider, ich hatte heute wenig Zeit und möchte noch die Bestellung aufgeben. Das ist kein Problem. Danke, dann fangen wir mal an. Sophie holte einen Zettel aus der Tasche. Dort hatte sie sich alles notiert und zählte auf, was man ihr liefern sollte. Die Frau schrieb mit und war sehr zufrieden, denn jede Bestellung war ein gutes Geschäft. Normalerweise plauderte Sophie noch, an diesem Tag drängte bei ihr die Zeit. Nach dem Versprechen, die Waren so rasch wie möglich geliefert zu bekommen, verließ sie den Laden wieder. Ihr nächster Weg führte sie in einen Supermarkt. Auch hier wollte sie nur bestellen. Sie hatte den Geschäftsführer schon im Blick, winkte ihm auch zu und wollte auf ihn zu gehen, als sie mitten in der Bewegung stoppte und dabei direkt vor einem Regal stehen blieb, in dem Fast Food angeboten wurde. Es war mehr Zufall, dass sie auf die Produkte schaute, doch dann stieg ihr das Blut in den Kopf, als sie den Namen der Firma las, die diese Produkte herstellte. Kassell, flüsterte sie und legte für einen Moment ihre Hand gegen das Kinn. Das Blut wich wieder aus ihrem Gesicht und jetzt merkte sie, dass sie blass wurde. Der Geschäftsführer hatte sie beobachtet und schlenderte langsam auf sie zu. Haben Sie Probleme, Madame? Nicht wirklich, aber sie nahm eine Dosensuppe aus dem Regal. Es geht mir nicht um die Suppen, sondern um die Firma, die sie herstellt. Kassell, meinen Sie? seine Brille zurecht. Ist etwas damit? Nein, nein, ich habe nur einen bestimmten Gedanken damit verbunden. Können Sie mir sagen, wo die Firma ihren Sitz hat? Nicht mal weit von hier, in Narbonne. Oh, das wusste ich nicht. Der Mann schaute ihr in die Augen. Wenn Sie Probleme mit den Produkten haben, sagen Sie es mir. Ich werde Ihre Beschwerde gern weiterleiten. Nein, das ist nicht nötig. Außerdem habe ich keine Probleme damit. Sie fiel mir nur auf. Gut, dann können wir zum geschäftlichen Teil übergehen. Es war wie immer. Beide verschwanden im Büro des Leiters und auch hier gab Sophie ihre Bestellungen auf. Es war eine lange Liste, denn das Lager im Kloster war fast leer. Normalerweise trank sie immer noch einen Kaffee. An diesem Schnell wie möglich wieder im Kloster bei ihrem Mann sein. Der Supermarkt lag nicht am Rand des Ortes wie eigentlich üblich, sondern mehr in der Stadt. Zu ihm gehörte ein großer Parkplatz, über den sich jetzt die Dämmerung senkte. Zwar gab es einige Laternen, die ihr Licht abgaben, aber das war nicht der Rede wert. Vom Parkplatz aus erreichte sie die schmale Straße, an Ende der Straße war schon zu sehen und für einen Moment weiteten sich ihre Augen, als sie die Gestalt erkannte, die dort stand, als würde sie auf jemanden warten. Sophie blieb stehen. Der Mann trug eine Kappe und war wenig später nicht mehr zu sehen. Natürlich dachte Sophie an die Warnung, die ihr Gottwin mit auf den Weg gegeben hatte, aber sie war keine Person, die nur Grund haben. Mit schnellen Schritten ließ sie die schmale Straße hinter sich. Das Wetter war nicht so gut, als dass es viele Menschen ins Freie getrieben hätte. Es war feucht, es war kühl und auch recht windig, eben passend für den Herbst. Ihr Clio stand noch dort, wo sie ihn geparkt hatte. Normalerweise wäre Sophie schnell zu ihrem Wagen gelaufen, in diesem Fall tat sie es nicht. Da dachte sie noch an die Warnung, die sich in ihrem Kopf festgesetzt hatte. Sie ließ ihren Blick über den Parkplatz schweifen und war froh, dass hier nur wenige Fahrzeuge abgestellt worden waren. Sie hatte einen freien Blick und den behielt sie auch, als sie ihren Clio erreichte. Den Schlüssel hielt sie bereits in der Hand, um über das Funksignal die Tür zu öffnen. Das klappte auch. Die letzten Schritte ging sie schneller und zog die Fahrertür auf. Ihre Tasche warf sie auf den Beifahrersitz und wollte einsteigen, als alles anders wurde. Jemand war hinter ihr. Und dieser jemand rammte ihr eine Hand in den Rücken. Sie schrie noch auf, dann kippte sie nach vorn, wobei sie mit dem Kinn gegen das Autodach schlug. Hinter sich hörte sie ein Lachen. Dann pressten sich zwei Hände um ihren Hals und zogen sie zurück. Sie befand sich noch im Fallen, als etwas vor ihrem Gesicht erschien. Riesengroß sah die Sprühdose aus. Es erklang ein Zischen, dann erwischte etwas ihr Gesicht, und sie wollte noch die Luft anhalten, was ihr nicht gelang. Sekunden später wurde ihr schwarz vor Augen. Dass sie zusammensackte, bekam sie nicht mehr mit, und auch nicht, dass zwei Männer sie zu einem Kombi schleiften, wobei ein Dritter in der Nähe wartete und Wache hielt. Die Welt um Sophie Blanc herum verschwamm. Sie hörte auch nicht, wie die Heckklappe geschlossen wurde, dann verloschen bei ihr alle Lichter. Die Männer stiegen blitzschnell ein. Wenig später war der Wagen unterwegs. Niemand hatte etwas gesehen, niemand hatte etwas gehört. Godwin de Salier hatte die Stimme gehört und konnte mit ihr nichts anfangen. Deshalb gab er auch keine Antwort, wartete ab, spürte jedoch seine Erregung, die sofort da war und ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. Bist du noch da? Wer sind sie? Als Antwort bekam der Templer ein Lachen zu hören. Das tut im Moment nichts zur Sache, aber ich würde sagen, dass wir uns schon kennen, mein Freund. Gut, dann sagen sie mir ihren Namen. Das muss ich nicht. Warum nicht? Weil du mich kennst. Erneut schoss in Godwins Kopf ein wilder Gedanke hoch. Sollte es diesem Jérôme Cassel tatsächlich gelungen sein, ebenfalls die lange Zeit zu überleben? Es war ein verrückter Gedanke Warum schweigst du? Weil ich nachdenken muss. Das ist immer gut und ich hoffe auch, dass dir eine Lösung einfallen wird. Was wollen sie von mir? Das ist nicht einfach zu erklären. Sagen wir mal so, wir sind dabei mögliche Feinde schon im Vorfeld aus der Welt zu schaffen. Wir nennen uns die Hüter der Apokalypse. Bitte? Ich werde es dir später mal erklären. Jetzt an einen Namen erinnern. An welchen? Wie hieß denn in alten Zeiten dein Begleiter? Allmählich kam der Anrufer zur Sache, was dem Templer sehr lieb war. Ich kann mich noch an den Namen Jerome Kassell erinnern. Oh, das ist wunderbar. Und weiter? Der Anrufer lachte. Hast du dich nie mehr mit dem Namen beschäftigt? Das wäre schade, denn vielen Menschen ist Kassell ein Begriff, denn du musst nur mal in den Supermarkt gehen, da wirst du die entsprechenden Produkte finden. Godwin musste überlegen und seine Gedanken überschlugen sich dabei. Die Einkäufe überließ er in der Regel seiner Frau, aber er dachte an etwas anderes und plötzlich kam ihm die Erleuchtung. Der Name war ihm tatsächlich schon begegnet, nur eben nicht in einem Supermarkt, sondern bei einem Werbespot in der Glotze, denn der Reklame konnte wohl niemand entgehen. Ja, ich weiß es jetzt, Sie stellen Fastfood her. Richtig, ist nicht mein Geschmack. Das macht nichts, denn es kommt nicht auf die Produkte an, sondern nur auf den Namen. Das habe ich mittlerweile begriffen. Dann weißt du jetzt auch, dass sich der Name über Jahrhunderte hinweg gehalten hat. Ich bin ein Kassel, mein Freund, und ich weiß, wer du bist. Wie toll für sie. Du solltest nicht spotten, Gottwin, sondern lieber daran denken, dass wir in einer anderen Zeit leben und die Vergangenheit trotzdem nicht vergessen ist. Aber du bist nicht Jérôme Kassel? Diese Frage zu stellen war dem Templer wichtig. Er wollte wissen, ob es noch einen anderen Menschen gab, der sein Schicksal teilte. Nein, das bin ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass die Kassels nicht ausgestorben sind, auch wenn mein Ahnherr im Kampf um das Heilige Land getötet wurde. Aber er hat in diesem Land vor dem Kreuzzug noch etwas hinterlassen, sodass der Name Kassel, der mit dir Kontakt aufgenommen hat. Es ist beinahe so wie früher und ich denke, dass du einem Kassel etwas schuldig bist. Wieso das? Dein Überleben, Gottwin. Du hast damals überlebt, das war ungerecht. Du lebst sogar noch heute und das ist noch ungerechter. Und du hast etwas gefunden, was man als Legende bezeichnet hat, den Baum der Felsenbirne mit mein Freund. Gottwin holte tief Luft, bevor er sagte, ich habe die Früchte nicht, man hat sie mir genommen, gestohlen und es gibt nur einen Menschen, der dafür in Frage kam. Das weiß ich, es war Jérôme Kassel. Er hat den Extrakt der Früchte mitgenommen und dafür gesorgt, dass dieses wertvolle Kleinod nach Frankreich in den Besitz seiner Familie geriet. Er selbst hatte Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Es galt als Familiengeheimnis, bis ich als Chef die Firma übernahm und damit anfing, in der Vergangenheit zu forschen. Da gingen mir plötzlich die Augen auf. Ich wusste, welches Machtpotenzial ich in den Händen hielt und werde durch meinen Konzern damit ein riesiges Geschäft machen können. Allerdings muss ich auch Störenfriede beseitigen. Du hast mich zwar dass du so gut über die Vergangenheit Bescheid weißt, das sagt mir, dass du schon einen Hinweis darauf erhalten hast. Du bist nicht besonders überrascht gewesen. Gottwin übernahm erneut das Wort. Dann befindet sich der Extrakt noch in ihren Händen, oder? So ist es, und ich gebe dir die einmalige Chance, ihn zu besichtigen und deine Erinnerungen wieder lebendig werden zu lassen. Der Templer dachte darüber nach, welche Antwort er geben sollte. So schnell fiel ihm nichts dazu ein, und er fragte sich, ob er das überhaupt wollte. Es war oft am besten, wenn man die Vergangenheit ruhen ließ, und genau das kam ihm in den Sinn, ohne davon allerdings restlos überzeugt zu sein. Dennoch sagte er, ich denke nicht, dass mich ihr Extrakt nach all den Jahrhunderten noch interessiert. Das ist Vergangenheit. Wir leben jetzt in der Gegenwart. Ein scharfer Atemzug war zu hören. Danach die erstaunt klingende Frage. Bitte? Meinst du das wirklich so? Sonst hätte ich es nicht gesagt. Wie kann man nur so verbohrt sein? Was ich in meinem Besitz befinde, ist revolutionär. Du hast damals die Wirkung nicht erkannt. Du bist dumm gewesen, aber ich kann nur sagen, dass es so etwas auf dieser Welt noch nicht gegeben hat. Dann behalten sie es. Diesmal kicherte er. Das werde ich auch, aber ich bin ein Menschenfreund, denn ich möchte, dass du es dir ansiehst. Ach so, ich soll also ihrer Firma einen Besuch abstatten. Was heißt Firma? Sie ist das eine, dieser Extrakt ist das andere. Du findest mich nicht in meiner Firma. Du musst schon wo anders hinkommen. Ich verzichte. Schade, dann wird deine kleine Frau aber sehr enttäuscht von dir sein. Plötzlich raste sein Herz. Gottwin wünschte sich verhört zu haben, aber das hatte er leider nicht. Er spürte einen Schwindel, der ihn packte und fast zum Wanken brachte. Da war er froh, auf einem Stuhl zu sitzen. Hey, du sagst ja nichts. Der Templer holte Luft. Danach sagte er, was hat die letzte Bemerkung zu bedeuten? Wie ich schon sagte, deine Frau ist auf dem Weg zu uns. Nein, sie ist einkaufen. Er wusste selbst, dass seine Antwort alles andere als überzeugend klang. Kassel schnalzte mit der Zunge. Sie war einkaufen, mein Lieber. Ich kann dir sogar verraten, welche Geschäfte sie besucht hat, aber das ist sie nicht mehr. Sie befindet sich auf dem Weg zu uns, um sich das anzusehen, was ihr Mann in seinem ersten Leben auf dem Hügel Golgatha gefunden hat. Es wird sie nicht interessieren. Kann sein, aber dich sollte es interessieren. Wenn du den Extrakt sehen möchtest, musst du zu uns kommen. Dann kannst du auch deine Frau wieder in die Arme schließen. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Ich muss mich verhört haben. Das ist niemals wahr und Hast du mich nicht verstanden? säuselte Kassel. Habe ich nicht laut genug gesprochen? Doch, das haben sie, flüsterte Godwin. Er hatte plötzlich seine Frau vor Augen. Was ist mit ihr? Was haben sie mit ihr gemacht? Ich nichts. Sie ist auf dem Weg zu mir. Und wo ist das, verdammt? Ach, mein lieber Freund, plötzlich so kompromissbereit? So kenne ich dich gar nicht. Seltsam. Was ist mit Sophie? Ich werde dich wieder anrufen, wenn sie bei mir ist. Mach dich schon mal reisefertig. So wollte Godwin Kassel nicht davon kommen lassen. Er setzte zu einem Wortschwall an, musste jedoch einsehen, dass ihn der Mann nicht mehr hören konnte. Die Leitung war tot. Und so ähnlich fühlte sich der Templer auch. Eine Minute später saß er immer noch auf seinem Platz. Er hatte sich nur umgedreht und starrte den Knochensessel an, der vor dem Fenster stand, als könnte ihm dieser einen Rat geben. Das war nicht möglich, der Sessel war kein Mensch, auch wenn er mal aus den Gebeinen eines Menschen entstanden war. Es war still um ihn geworden. Aber der Templer gab so leicht nicht auf, so schlimm die Lage auch sein mochte. Allerdings hatte sich hier etwas verändert. Es ging nicht um ihn selbst, sondern um seine Frau Sophie, die er von ganzem Herzen liebte. Beide hatten sich wirklich gesucht und gefunden und er dachte wieder an das ungute Gefühl, das er gehabt hatte, was Sophies Einkauf anging. Daran konnte er Okay, ich werde mich reisefertig machen, flüsterte er vor sich hin und stand auf. Im Schlafzimmer zog er sich an. Er stieg auch in die dicken Schuhe und bewaffnete sich. Aus einem Geheimfach holte er seine Pistole hervor, eine Glock, steckte auch Ersatzmagazine ein und band ein Messer mit Klettverschluss um seine linke Wade. So war er gerüstet. Aber es fehlte noch etwas. Und den Gegenstand holte er aus seinem Arbeitszimmer. Es war der Würfel des Heils, den er hin und wieder als Orakel bezeichnete. Er zeigte ihm dann und wann eine Gefahr, die im Anmarsch war, doch Gottwin glaubte nicht daran, dass ihm der Würfel in diesem Fall helfen konnte. Da ging es nicht um ihn, sondern um seine Frau. Die Gedanken drehten sich nicht allein um Sophie. Er dachte auch einen Schritt weiter und ging davon aus, dass die andere Seite sie trotz der Entführung nicht töten würde. Kassel wollte ihn, und erst wenn er sich in der Nähe des Mannes befand, musste er sich Gedanken um Sophies und sein Leben machen. Und dann gab es noch diesen Extrakt. Schon damals hatte Gottwin gewusst, dass es sich um etwas Besonderes handeln musste, doch dass jemand so verrückt danach sein konnte, das hatte er sich nicht vorstellen können. So einfach verschwinden konnte er auch nicht. Er musste seinen Brüdern Bescheid sagen, dass er wegfahren musste, aber das war auch alles. Ein Ziel würde er nicht angeben. Aber wohin? Der Templer musste sich darüber keine Gedanken machen, denn wieder meldete sich das Telefon. Es war Kassel, der ihm erklärte, wo er hinfahren musste. In die Berge? Ja, und in das bestimmte Tal. Ich werde dir den Weg beschreiben. Sobald du den Eingang des Tals erreicht hast, wirst du die neue Heimat der Auserwählten sehen. Und was ist das? Eine Pyramide aus Glas. Es waren die letzten Worte, die der Templer hörte. Danach legte Kassel auf. Okay, flüsterte Godwin, und seine Worte klangen wie eine Kampfansage. Okay, ich komme. Wenn ein Fall mit den Templern zu tun hatte, dann war mein Freund Godwin des Alliers genau der richtige Mann. Er kannte sich nicht nur in der Jetzt Zeit aus, er war auch über Vorgänge informiert, die sich in der Vergangenheit abgespielt hatten, denn aus dieser Zeit war er schließlich selbst gekommen. Den Templer konnte ich zu jeder Tages- und Nachtzeit stören. Zwar neigte sich der Tag dem Ende zu, aber von Nacht konnte man noch nicht sprechen. Der Ruf ging durch, es hob auch jemand ab, aber es war nicht Gottwin des Alliers, obwohl ich seine Durchwahl gewählt hatte. Der Ruf war zurück an die Zentrale gegangen. Dort kannte man meinen Namen ebenfalls. Ich wurde freundlich begrüßt. Und als ich meinen Wunsch ausgesprochen hatte, da erlebte ich eine Enttäuschung, denn man sagte mir, dass Gottwin unterwegs wäre. Das war schade. Ich gab dennoch nicht auf und wollte wissen, wann er zurückkehrte. Das hat er uns nicht gesagt. Er ist gegangen oder besser gesagt gefahren. Das tut mir sehr leid. Ich gab nicht auf. Dann würde ich gern mit seiner Frau Sophie sprechen, bitte. Erneut erhielt ich eine ablehnende Antwort. Auch da haben Sie Pech, Monsieur Sinclair. Sophie Blanc ist ebenfalls nicht im Haus. Irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl und fragte weiter. Sind denn beide gemeinsam weggefahren? Nein, getrennt. Und ihnen wann sie zurückkehren. Sie haben keine Nachricht hinterlassen? So ist es. Dann bedanke ich mich für die Auskünfte. Nachdem ich aufgelegt hatte, verschwand das ungute Gefühl nicht. Ich saß an einem Sessel, hielt das Telefon noch in der Hand und schüttelte den Kopf. Irgendwie passte das nicht so recht zusammen. Ich glaubte nicht, dass Gottwin und seine Frau getrennt einen Ausflug Grund geben. Und der brauchte nicht immer positiv zu sein. Ich war mal wieder an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht weiter kam. Gern hätte ich mit meinem Freund aus Frankreich gesprochen. Das war nicht möglich. Ich musste mir einiges selbst zusammen reimen und das brachte auch nicht viel. In der Wohnung zu bleiben, dazu hatte ich keinen Bock mehr. Ich wollte mit jemandem über den Fall sicherheitshalber rief ich bei den Zweien an und hatte Glück, dass jetzt jemand da war, denn Shao meldete sich. Ah, ihr seid wieder da? Seit ein paar Minuten. Dann komme ich mal rüber. Gern. Ob die beiden einen Rat wussten, war die große Frage. Es war mir wichtig, dass ich mit Menschen über das Geschehen sprach, das mich im Moment berührte. Zuko öffnete die Tür, sah Du siehst nicht besonders gut aus. Weiß ich. Bist du deshalb hier? Genau. Ich hatte die Wohnung bereits betreten und Zuko schloss die Tür hinter mir. Zu trinken bot man mir auch an. Tee wollte ich nicht und entschied mich für Wasser. Als wir saßen schüttelte Zuko den Kopf. Wenn man dich so sieht, muss man einfach auf den Gedanken kommen, dass du Probleme mit dir herum schleppst. Du hast es erfasst. Und welche? Ich trank einen Schluck Wasser. Ich bin hier bei euch, um darüber zu sprechen. Da es sich um keine privaten Dinge handelt, denke ich, dass auch ihr betroffen seid. Oder du, Zuko. Es hat sich ein Fall ergeben? Ja. Ich runzelte die Stirn, sammelte meine Gedanken und berichtete den beiden, was ich erlebt hatte. sagten nichts. Manchmal schüttelten sie die Köpfe. Und erst als ich fertig war, stellte Schau eine Frage. Zwei Tote und ein Überfall auf dich? So ist es gewesen. Dann muss es sich um etwas Großes handeln oder etwas Großes dahinter stecken. Das denke ich auch. Und meinte Zuko, du hast noch Glück gehabt, dass man dich nur außer Gefecht setzte. Die hätten keinen Mord in aller Öffentlichkeit riskiert, sagte ich. Es war eine letzte Warnung, ausgesprochen durch eine mächtige Gruppe, die sich die Hüter der Apokalypse nennt. Aber was genau dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich muss man das Motiv in der Vergangenheit suchen. Dieser Alvarez war offenbar schon dicht dran. Stimmt. Vergangenheit und Templer. Die Pyrenäen spielen eine Rolle. Ich habe im Heiligen Land stammt. Und was diesen Toten Luigi angeht, viel haben wir über ihn nicht herausfinden können. Succo hatte genau zugehört und traf bei seiner Erwiderung auch die richtigen Worte. Wir haben es also mit zwei Fronten zu tun. Oder liege ich da falsch? Überhaupt nicht. Südfrankreich oder die von dir erwähnten Pyrenäen können wir außen vor lassen. Wir sind praktisch gezwungen, das sind wir. Ich verzog die Lippen. Aber wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. London ist eine riesige Stadt, in der es unzählige Verstecke gibt, wo anfangen und aufhören. Succo nickte. Das trifft zu. Dann meldete sich Schao. Könnt ihr die Gegenseite nicht provozieren? Ich dachte nach. Und wie, wenn sie uns nicht bekannt ist? Schao beugte sich vor. Sie scheinen Angst vor euch zu haben. Das ist es, was mir im Kopf herum spukt. Warum haben sie das? Wahrscheinlich wissen sie, dass ihr ihnen auf die Spur kommen könntet. Und wer sind sie? fragte Succo. Schao hob die Schultern. Das weiß ich leider nicht. Da muss ich passen. Das musste ich auch. Mein Kopf war wie zugenagelt. Ich hatte keine Idee. Die Spuren waren alle abgeschnitten. Aber du gehst davon aus, dass auch die Templer eine Rolle spielen können. Ich meine die Gruppe um Godwin de Salier. Ich zogte mit den Schultern. Ich habe keine Beweise, aber nach allem, was ich gehört habe, könnte es eine Spur nach Südfrankreich geben. Dass Godwin und seine Frau nicht zu erreichen waren, hat mich ebenfalls gewundert. Da stimmt was der tote Luigi Kraft gab auch nicht viel her. Und einen hellen Lieferwagen, einen Sprinter in London zu finden, war so gut wie unmöglich. Gibt es denn nicht die geringste Chance? fragte Schau. Kaum. Du bist so deprimiert schon. Okay, du hast Godwin nicht erreicht, der dir vielleicht mehr hätte sagen können, aber hast du es schon mal auf seinem Handy probiert? Nein, außerdem weiß so etwas gibt es auch noch. Dann müssen wir wohl nur abwarten, ob es das Schicksal gut mit uns meint und uns die große Idee schickt. Suko lehnte sich zurück. Wir stehen da und kommen nicht weiter. Es gibt einen Weg, bestimmt gibt es den, aber den kennen wir nicht. Er hatte damit alles gesagt. Ich ärgerte mich und ich wollte die beiden auch nicht länger aufhalten, deshalb stand ich auf und nickte meinen Freunden zu. Ich verschwinde nach nebenan. Gut, sagte Suko und erhob sich ebenfalls. Wir gingen auf die Wohnungstür zu. Als ich sie öffnete, sagte Suko, die Nacht ist noch lang. Meinst du, dass etwas passieren könnte? Wer kann das wissen? Du weißt selbst, dass wir schon das Unmöglichste erlebt haben. Ja, nur lässt sich darauf kein Haus der Hoffnung aufbauen. Ich lächelte ihm zu und ging zu meiner Wohnung. Wellen packten das Boot und schaukelten es hin und her. Es war ein schlimmes Gefühl, das Sophie Blanc überkam. Die Übelkeit stieg immer wieder stoßweise in ihr hoch und sie wunderte sich, dass sie sich noch nicht übergeben hatte. Dafür öffnete sie die Augen. Dunkelheit um sie herum. Das war der Eindruck des ersten Moments. Sie hatte das Gefühl, in einer tiefen Schwärze zu liegen, aber das verging schnell, denn als sie sich umschaute, entdeckte sie, dass es doch nicht so finster war. Ein fahles Licht beleuchtete den Ort, wo sie lag und sich nicht ausstrecken konnte, weil sie dann gegen einen Widerstand stieß. So musste sie mit angezogenen Beinen auf der harten Unterlage liegen bleiben und die Unebenheiten einer Autofahrt über sich ergehen lassen, denn sie hatte inzwischen festgestellt, dass sie in einem Auto lag und nicht in einem Boot. Sophie befand sich auch nicht in einem Kofferraum, sondern auf der Ladefläche eines Kombis. Angeschnallt war sie nicht, aber auch nicht gefesselt, und die Unebenheiten der Fahrt bekam sie ständig mit. Besonders in den Kurven wurde sie von einer Seite zur anderen geschleudert. Die Übelkeit blieb. Es war nicht nur eine Folge der kurvigen Fahrt, sie hatte auch noch unter dem Sprühstoff zu leiden, der für ihre Bewusstlosigkeit gesorgt hatte. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Ihr Magen revoltierte, und die Geräusche, die sie beim Würgen verursachte, waren so laut, dass sie von den drei Männern gehört wurden, die vor ihr im Wagen saßen. Der Mann auf der Rückbank drehte sich um. Er schaute über die Lehne hinweg, und ein Blick reichte ihm aus, um seinen Kumpanen Bescheid zu geben. Sie reagierten sofort. Es gab zwar keine Vollbremsung, aber der Wagen wurde so hart abgestoppt, dass Sophie über den Boden rutschte und gegen die hintere Seite der Sitzbank prallte. Hol sie aus dem Auto! Der Befehl hatte dem Mann Zombie sofort, öffnete die Heckklappe und winkte Sophie zu. Raus mit dir! Du kannst draußen kotzen! Sie hätte alles Mögliche getan, nur um den Druck loszuwerden. Auf Händen und Füßen kroch sie der Öffnung entgegen. Dann erst griffen die beiden helfenden Hände zu. Sie zerrten Sophie zuerst auf die Beine, schleiften sie an den Rand der Straße und drückten sie dort zu Boden. Sie kniete sich hin und konnte sich endlich übergeben. Ihr Aufpasser drehte sich zur Seite und zündete sich eine Zigarette an. Er schaute dem Qualm nach, der von einem kühlen Windstoß erfasst und verwirbelt wurde. Die Männer mussten Geduld haben, denn Sophie erbrach alles, was sie in ihrem Magen hatte. Schweiß bildete sich auf ihrem Gesicht. Wenn sie den Kopf anhob, schwindelte er. Ihr Bewacher trat die Kippe aus und brachte ihr eine Dose mit Wasser. Er blieb neben mir stehen. Er hörte sie keuchen und schaute auf ihren Kopf, der sich mal senkte, dann wieder hochkam und geschüttelt wurde. Geht es dir besser? Antworten konnte Sophie nicht. Dafür schaffte sie so etwas wie ein Nicken. Dann trink mal was. Ob es gut für sie war, interessierte den Mann nicht. Er hatte sein Bestes gegeben und das war tatsächlich der Fall, denn Sophie hatte viel Flüssigkeit verloren. Sie wunderte sich über sich selbst, dass sie in der Lage war, die Dose bis auf den letzten Tropfen zu leeren. Alles klar? Weiß nicht. Wir müssen weiter. Stell dich nicht zu an, verdammt noch mal. Eine Hand umfasste Sophies rechte Schulter und zog die Frau auf die Seite. Die Umgebung begann sich um Sophie zu drehen. Sie konnte sich nur mühsam halten, musste gestützt werden, und der Bewacher gab ihr Zeit, sich zu erholen. Das schaffte sie auch. Der Schwindel ging vorbei. Zwar nicht völlig, aber sie fühlte sich weitaus besser als auf der Ladefläche. Es war ihr sogar möglich, klar zu sehen, und so wollte sie sich die Umgebung anschauen. Die Männer und sie befanden sich in der Einsamkeit der Berge. So weit waren sie schon gefahren, doch die Berge sahen nicht so aus wie am Tag. Sie wurden von den tiefen Schatten der Dunkelheit umfangen und erweckten den Eindruck von finsteren Gebilden, deren Gipfel in der Finsternis verschwanden. Der ewige Schnee war nicht zu sehen, aber die Landschaft engte sie schon ein. Wohin fahren wir? Der Mann lachte. Das wirst du noch zu sehen bekommen. Warte, es ist nicht mehr weit. Er stug ihr leicht auf den Rücken. Und jetzt geh wieder an deinen Platz und denk nicht mal an Flucht. Außerdem würden wir dich Ladefläche. Gut ging es ihr noch immer nicht, aber besser als zuvor. Die Übelkeit war verschwunden, doch jetzt fing sie an zu frieren und dieses Gefühl war so stark, dass sie mit den Zähnen klapperte. Die Hecktür wurde geschlossen. Der Mann stieg wieder in den Fond. Von vorn fragte eine raue Stimme Ist sie wieder okay? Halbwegs, sie wird uns nicht den Wagen Der Mann fuhr an. Sophie hatte nicht damit gerechnet, da sie saß, wäre sie durch den Stoß fast umgefallen. Sie stützte sich im letzten Moment ab, holte tief Luft und stieß sie keuchend wieder aus. Der feuchte Schweiß auf ihrem Körper begann allmählich zu trocknen. Sie froh auch nicht mehr so stark und war froh, einen Mantel zu tragen. Bis zu ihrem Aussteigen hatte sie auf dem Boden gelegen. Das wollte sie nicht mehr und so setzte sie sich hin und zwar so, dass sie aus dem Fenster schauen konnte. Auch wenn es dunkel war, wollte sie versuchen, etwas von der Landschaft zu sehen, so war sie ein wenig abgelenkt. Es gab nicht viel zu sehen. Hin und wieder mal einen helleren Fleck oder ein einsames Licht in der Ferne. Ihr Denken Entführung der musste weniger mit ihr zu tun haben, sondern mit ihrem Ehemann Gottwin. Sie war das ideale Druckmittel gegen ihn, wobei sie nicht wusste, was die andere Seite genau vorhatte. Ein Spaß würde es nicht werden. Gottwin stand ihnen offenbar im Weg und damit auch seine Frau. Aber die anderen wollten wohl ihre Macht beweisen, indem sie Sophie in ihre Gewalt brachten. Ihr Ziel lag hier irgendwo in den Bergen, das wusste sie schon. Aber was es genau war, das konnte sie nicht sagen. Es hatte auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ihrer Meinung nach konnte es eine Höhle sein, die tief in einen Berg hinein führte. Das Fahrzeug schaukelte über Unebenheiten und wieder musste Sophie irgendwo Halt finden, um auf der Ladefläche nicht zu einem Spielball zu werden. Ihr Magen war noch immer nicht völlig in Ordnung. Das traf auch auf den Kreislauf zu. Erneut wurde ihr leicht übel, aber sie riss sich zusammen und hatte zudem das Glück, dass der Untergrund bald wechselte und der Weg auch nicht mehr so kurvig war. Vom Gefühl her dachte sie daran, bald am Ziel zu sein und stellte sich innerlich darauf ein. Trotzdem drehten sich ihre Gedanken um Gottwin. Er wusste nicht, wohin sie geschafft wurde und wenn er anfing nach ihr zu suchen, kam das der berühmten Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleich. An Aufgabe dachte Sophie nicht. Die Zeit mit Gottwin hatte sie gelehrt, nie aufzugeben. Sie war eine Frau, die kämpfte und die zudem Erfahrung darin hatte. Der Mann auf dem Rücksitz meldete sich wieder. In der Dunkelheit des Autos sah sein Gesicht aus wie eine Maske. Er zog die Lippen in die Breite. Na, wie geht es dir? Es ging mir schon mal besser. Das weiß ich. Und wie geht es weiter? Ein Augenpaar sah die Frau an, die auf dem Boden saß und ihre Arme ausgebreitet hatte. Das wirst du noch sehen, aber ich kann dir versprechen, dass wir das Ziel bald erreicht haben. Ein Versteck in den Bergen? So ähnlich. Eine Höhle? Er lachte laut auf. Sei nicht so neugierig, du wirst es gleich sehen, es ist wie ein Wunder. Sophie war nicht zufrieden. Sie fragte trotzdem nicht weiter, weil sie den Mann nicht nerven wollte. Dafür schaute sie wieder aus dem Fenster, was ihr nichts zwischen den Männern sah und somit auch die Frontscheibe im Blick hatte, da fiel ihr schon etwas auf, was eigentlich nicht in diese Nacht passte. Es war nicht natürlich, man konnte es als künstlich bezeichnen. Es war ein Licht, ein sehr großes sogar, und es zeichnete die Konturen einer bestimmten geometrischen Form nach. Für Sophie stand fest, dass es zwischen den dunklen Berghängen so etwas wie ein künstliches und helles Gebilde war. Das Licht füllte es ganz aus und zeigte einen leicht bläulichen Schimmer. Sie war so darauf konzentriert gewesen, dass sie nicht bemerkt hatte, wie langsam sie fuhren, und auch das hörte auf, denn der Wagen rollte aus und stand. Sophie wusste nicht, ob sie froh darüber sein sollte. Es kam etwas Neues auf sie zu, etwas Künstliches, das sie nicht einordnen konnte. Hier musste der Mensch etwas in der Einmaligkeit der Berge hinterlassen haben, um etwas in Bewegung setzen zu können. Und es musste mit einem Begriff namens Kassel zu tun haben. Und damit war die Verbindung geschaffen, die in die Vergangenheit der Kreuzzüge führte. So zu denken war zwar etwas verrückt, aber sie konnte sich keinen anderen Grund vorstellen. Die Männer stiegen aus. Sophie blieb noch auf ihrem Platz sitzen und bewegte sich erst, als der Mann von der Rückbank die Klappe in die Höhe zog. So, jetzt kannst du aussteigen. Sophie kroch nach vorne, drehte sich dann um und stellte ihre Beine auf den Boden. Sie drückte sich langsam in die Höhe, sah die ausgestreckte Hand und schüttelte den Kopf. Nein, sie wollte sich nicht helfen lassen und zeigen, dass sie stark war. Die beiden anderen Männer warteten in der Höhe der Kühlerhaube auf See. Sophie wusste, wohin sie gehen musste. Innerlich zitterte sie schon, äußerlich war sie ruhig. Man ließ sie gehen. Und sie ging auch, Schritt für Schritt legte sie zurück. Wobei sie ihr Erstaunen nicht verbergen konnte, denn sie schaute auf eine von bläulichem Licht erfüllte gläserne Pyramide, deren Spitze in die Dunkelheit der Nacht hinein stieß. Es war noch jemand in dieser Nacht unterwegs. Der Mann hieß Godwin de Salier und in seinem Inneren tobte eine kleine Hölle. Er hatte sich die Wegbeschreibung sicherheitshalber notiert. Der Zettel lag neben ihm auf dem Beifahrersitz des Geländewagens. Das Gesicht einer Maske erstarrt. Seine Gedanken drehten sich einzig und allein um Sophie. Sollte man ihr etwas antun, würde er zum Tier werden. Denn seine Frau bedeutete ihm alles auf der Welt. Wer steckte hinter diesem verfluchten Plan? Er hatte die Stimme des Anrufers gehört, doch er wusste nicht, wie er aussah. Der Name hatte sich in seinen Kopf regelrecht eingegraben. Kassel. Nur an ihn dachte er. Und er fragte sich zugleich, ob es nicht doch der Jérôme Kassel war, der vor einigen hundert Jahren mit ihm Seite an Seite geritten war. Er konnte es nicht glauben. Bisher war er davon ausgegangen, dass sein Schicksal einmalig war. Nun waren ihm die ersten Zweifel gekommen und sollte Kassel tatsächlich ein neues Leben führen, dann konnte es mit dem Gottwin gelangte zu dem Schluss, dass dieser Saft aus den Früchten der Felsenbirne möglicherweise die Jahrhunderte überstanden hatte und nun für eine bestimmte Funktion sorgen sollte. Welche das war, wusste er nicht, aber sie konnte für viele Menschen entscheidend sein. Gottwin war schnell gefahren, immer nach Süden, auf den gewaltigen Wall der Pyrenäen zu. Zu beiden Seiten schoben sich die Felsen in die Höhe. Die ersten waren bereits über 2000 Meter und er wusste jetzt, dass er nicht mehr weit fahren musste. Das Ziel lag noch in Frankreich. Er brauchte keinen Pass zu überqueren, was für ihn ein großer Vorteil war, denn in den Höhen war bereits der erste Schnee gefallen. Nur zu Beginn der Fahrt hatte es noch Autoverkehr gegeben. Später hatte er von der normalen Straße abweichen müssen und war über Wege gefahren, die nur ein Geländewagen unbeschadet hinter sich bringen konnte. Dann erreichte er eine Kreuzung, an der er anhielt. Er schaute auf die Beschreibung. Dort hatte er die Kreuzung aufgeschrieben und er musste sich zunächst orientieren, wie die Reise weiter ging. Geradeaus. Godwin lachte erreichen und dort in ein Hochtal fahren. Weiter ging es nicht. Dort musste sich das Ziel befinden. Schnaufen saugte er die Luft ein. Hinter seiner Stirn tuckerte es. Seine Handflächen waren feucht geworden, aber in seinem Inneren war er klar. Er würde nichts überstürzen und auch nicht wie ein Idiot direkt bis an das unbekannte Ziel fahren. Er hatte bereits einen Plan, den er durchziehen wollte. Godwin fuhr wieder an. Erneut kam ihm der Gedanke an Sophie. Diesmal schaffte er es, ihn zu verscheuchen. Es wäre falsch gewesen, wenn er sich jetzt von seiner Sorge um Sophie hätte ablenken lassen. Der Geländewagen schaffte die Bergstrecke spielend. Als er eine gewisse Höhe erreicht hatte, wurde die Steigung des Weges wieder geringer. Er glich jetzt einer Piste, die Willen aufwies. Wie stumme und gewaltige Zeugen umstanden ihn die Berge. Er befand sich im Hochgebirge und als er einen Blick auf die Uhr warf, stellte er fest, dass die Tageswende nicht mehr weit entfernt war. Vor dem Wagen bildeten die Scheinwerfer einen hellen Kegel, der über den Boden glitt. Das Fernlicht hatte er hin und wieder eingeschaltet. Dann strahlte die Helligkeit gegen das kahle Gestein rechts und links oder riss irgendwelche Sträucher aus dem Dunkel hervor, deren Wurzeln sich in den Fels gegraben hatten. Der Weg war leicht zu nehmen. Es gab keine Kehren, keine gefährlichen Kurven und Gottwin fiel zudem auf, dass sich die Hänge der Berge weiter zurück zogen. Das war für ihn der Beweis, dass er das Tal erreicht hatte, Kuppel des Himmels, das gehörte zu dem, was ihn bisher begleitet hatte. Nicht aber das Licht, das er in der Ferne vor sich entdeckte. Es war nicht klar zu erkennen. Er sah es mehr als einen verschwommenen Schein, aber Gottwin ging davon aus, dass er sein Ziel bereits entdeckt hatte. Wer sagt es denn? flüsterte er scharf. Plötzlich ran ein Schauer über seinen Körper. Seine Augen blitzten für einen Moment auf. Die Hände verkrampften sich um das Lenkrad und er handelte aus einem Reflex heraus. Er löschte das Licht. Er wollte im Dunkeln weiterfahren. Sein Ziel war in der dunklen Nacht deutlich zu erkennen. Das Licht war nicht nur eine kurze Erscheinung gewesen, es blieb auch weiterhin vorhanden. Das ist es, sprach er zu sich selbst, das Was immer das Licht zu bedeuten hatte, es leuchtete in der Einsamkeit und Gottwin glaubte nicht, dass es für seine Augen bestimmt war. Hier hatte dieser unselige Kassel etwas geschaffen, was ihm und seinen Vertrauten Macht verleihen sollte. Etwas Neues, etwas Künstliches und wer so etwas in die Landschaft stellte, der wollte nicht, dass es so schnell entdeckt wurde. Deshalb ging Gottwin davon aus, dass Wachen aufgestellt worden waren. Er fuhr trotzdem weiter. Er wollte mehr erkennen und der helle Gegenstand vor ihm nahm immer mehr an Klarheit und Schärfe zu, bis der Templer wusste, was da vor ihm stand. Überrascht trat er auf die Bremse, weil er sehen wollte, ob er sich nicht geirrt hatte. Nein, kein Irrtum. Vor ihm stand tatsächlich eine von einem bläulichen Licht erfüllte Pyramide. Godwin war erstaunt, aber auch darüber, wie nah er diesem Bau bereits gekommen war. Die in ihrem bläulichen Licht schimmernde Pyramide war aus Glas erbaut worden. Godwin war klar, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, und er war zudem froh, dass er den letzten Rest der Strecke im Dunkeln zurückgelegt hatte. So glaubte er nicht, dass man ihn entdeckt hatte. Er fuhr trotzdem noch mal an. Einen Weg gab es hier nicht mehr, nur ein recht breites Tal. Da konnte er sich den Rand aussuchen, wo er seinen Wagen abstellen wollte. Er lenkte ihn nach links und fuhr so dicht wie möglich an die Felswand heran. Aber die Lücke zwischen dem Wagen und der Wand war noch groß genug, dass jemand einsteigen konnte. Plötzlich kam ihm eine andere Idee. Sollten er und Sophie fliehen müssen, war es besser, wenn die Schnauze des Geländewagens in die Fluchtrichtung zeigte, also wendete er das Fahrzeug. Erst dann war er zufrieden. Der Templer stieg aus. Er wusste jetzt, dass ihm eine harte Zeit bevorstand. Die Anzahl seiner Gegner kannte er nicht. Sie waren bestimmt in der Übermacht, doch das schreckte ihn nicht. Er würde mit ihnen fertig werden. hatte nichts davon verlernt. Im Schutz der Wand näherte er sich der Pyramide. Je näher er an sie herankam, umso größer erschien sie ihm. Und er sah auch, dass sie aus wabenförmigen Platten gebaut war. Im Inneren befand sich das blaue Licht. Godwin dachte, dass dort zahlreiche Lampen brennen mussten, was nicht der Fall war, denn es gab nur eine Quelle und die überraschte ihn. Er schüttelte den Kopf, weil es auch für ihn zu überraschen war. Aber es war keine Täuschung. Innerhalb der Pyramide malte sich eine große Kugel ab, und aus ihr strahlte das Licht, das sich in dem ganzen Körper verteilte. Und er sah noch etwas. Menschen. Männer, nur keine Frau. Sie standen im Licht, aber es war nicht zu Verstecker geben musste, und die musste er finden, um seine Frau zu befreien. Gottwin ließ sich nicht mehr von dem gewaltigen Anblick ablenken. Er ging dicht an der Wand entlang, weil er so viel Schatten wie möglich haben wollte, und er achtete darauf, ob es außerhalb der Pyramide Menschen gab, die sie bewachten. Noch waren sie nicht zu sehen. Je näher er dem Gebäude kam, umso gespannter wurde er. Er hatte bisher noch keinen Eingang entdeckt. Das bereitete ihm schon Probleme, denn einschlagen würde er das Glas nicht können. Das hielt sicher sogar fallenden Felsbrocken stand. Dann hatte er Glück. Vor sich sah er eine Bewegung. Und das war kein Tier, das aus der Felswand an der rechten Seite gesprungen war. Es war ein Mensch auf Gottwin war noch nicht entdeckt worden. Einige Schritte weiter vorn und er hätte dieses Glück nicht gehabt. Mit dem Rücken zum Berg blieb er stehen und wartete ab, was der Mann vorhatte. Der kümmerte sich nicht um seine Umgebung. Er hatte etwas anderes vor, denn er wollte eine rauchen. Aus der Packung pflückte er eine Zigarette, schob das eine Ende zwischen seine Lippen Niemand sah, was er tat. Das Feuerzeug verschwand wieder, die Zigarette nicht, denn die rauchte er aus der hohlen Hand. Der Wind trieb den Geruch in Gottwins Richtung, während ihm der Aufpasser den Rücken zuwandte. Besser konnte es gar nicht für ihn laufen. Gottwin würde dem Mann nicht die Zeit geben, den Glimmstängel zu Ende zu rauchen. Solange er qualmte, war seine Aufmerksamkeit eingeschränkt. Gottwin hoffte nur, dass er sich dem Mann lautlos würde nähern können. Er ging einen Schritt vor und war froh, dass unter seinem Schuh nichts knirschte. Beim nächsten ebenfalls. Nach dem dritten Schritt hatte er die Glocke zogen, in deren Magazin sich fünfzehn Schuss befanden. Und nachdem er den vierten Schritt zurückgelegt hatte, drückte er die Mündung der Waffe gegen den Nacken des Aufpassers. Wenn du auch nur falsch denkst, bist du tot. Sophie Plain hatte den Wagen verlassen und keine Chance zur Flucht gesehen. Die drei Männer blieben immer an ihrer Seite, bis sie vor der Pyramide standen. Das Licht war jetzt so hell, dass sie die Typen besser erkennen konnte. Der Mann, der sie von der Ladefläche geholt hatte, grinste sie an. Auf seinem Kopf wuchsen rote Haare, die auch keine Der Rothaarige lachte. Lass dich überraschen, du wirst etwas völlig Neues erleben. Halt's Maul, meldete sich einer der beiden anderen Typen. Sophie wollte den Rothaarigen verteidigen. Er hat nur meine Frage beantwortet. Und du hältst auch deine Klappe. Schon gut. Sie traten noch näher an die Pyramide heran, die auch in Bodenhöhe eine leichte Schräge aufwies. Es gab keine Tür, aber es gab einen kleinen Kasten, auf dessen Vorderseite sich Zahlen befanden, wie bei einem Handy. Einer der Männer tippte einen bestimmten Code ein, und wie ein Sesam öffne dich schwang eine der Glasseiten nach innen. Sie war so hoch, dass Menschen sie passieren konnten, ohne den Kopf einzuziehen. Der Rothaarige stieß Sophie an. Er musste nichts weiter sagen, denn sie wusste, was sie zu tun hatte. Sie ging langsam vor und betrat die Pyramide, wobei sie sich wunderte, dass sie nicht geblendet wurde, denn sie hatte sich das Licht viel heller vorgestellt. Wohin? Geh immer weiter. Sophie hatte schon von außen die Männer gesehen, die sich im Inneren aufhielten. Sie rechnete damit, dass sie zu ihnen geschafft werden sollte. Aber sie irrte sich. Sie musste nach links gehen, weg vom Zentrum und geriet an eine Stelle, die ihr von außen nicht aufgefallen war. Es war ein gläserner Käfig. Auch eine Glastür war vorhanden. Sie wurde geöffnet, damit Sophie den Käfig betreten konnte. Selbst der Untergrund des Bauwerks bestand aus Glasbausteinen, wie sie erkannte, sich dann aber auf das konzentrierte, was sie selbst anging. Sophie war so weit in den Käfig schliessen, konnte geschah auch. Sophie drehte sich um. Sie schaute jetzt in die Pyramide hinein, konnte alles überblicken und suchte nach der Person, die hier das Sagen hatte. Das fand sie nicht heraus, aber sie sah, dass es in der Pyramide so etwas wie ein Podest gab. Das aus einer großen Kugel strömende Licht sank etwas zusammen, sodass die Helligkeit in der Pyramide nachließ, was Sophies Augen gut tat. Sie hatte das Gefühl, dass irgendetwas passieren würde, aber noch tat sich nichts. Sie sah nur die Männer, die sich praktisch um dieses Podest herum versammelten und einen lockeren Kreis bildeten. Mehr geschah noch nicht. Sophie musste warten. Sie horchte in sich hinein und wunderte sich über ihr Gefühl. Eigentlich hätte sie Angst haben müssen, aber die war nicht vorhanden. In ihr hatte sich mehr eine gewisse Neugierde ausgebreitet, verbunden mit einer Spannung, was ihr wohl noch passieren würde. Der Name Kassel ginge nicht aus dem Kopf und sie glaubte fest daran, dass sie ihn erleben würde und so stellte sie sich darauf ein, dass er bald erschien. Das Leben ist kein Glücksspiel, aber manchmal muss man Glück haben. Bisher hatte es bei diesem Fall nicht an meiner Seite gestanden, doch das änderte sich. Ich hatte Suko und Schau verlassen und war in meine Wohnung gegangen. Es war spät am Abend und eigentlich hätte ich mich jetzt aufs Ohr legen können. Danach stand mir nicht der Sinn. Durch meinen Kopf wirbelten zu viele Gedanken und ich fühlte mich die andere Seite machte bisher mit mir was sie wollte. Hier war ein Fall angerissen worden. Man hatte mich heiß gemacht und dann ausgeschaltet, bevor ich noch richtig hatte anfangen können. Was war das große Rätsel? Was war damals im Heiligen Land geschehen? Warum meldete sich Gottwin des Salier nicht? Es waren alles Fragen, auf die ich Antworten finden musste, aber keine Chance sah, sie auch zu bekommen. In Südfrankreich hatte sich niemand gemeldet und einen Rückruf hatte ich auch nicht erhalten. Bis ich plötzlich das Telefon meldete. Ein Anruf um diese Zeit konnte alles Mögliche bedeuten und ich setzte darauf, dass sich Gottwin des Salier doch noch bei mir meldete. Es war nicht der Templer Führer und der Anruf stammte auch nicht aus Frankreich. Er kam aus dem sprechen wollte. Sie werden entschuldigen, dass ich Sie um diese Zeit anrufe, aber hier steht ein Mann, der Sie unbedingt sprechen will. Er lässt sich nicht abwimmeln. Hat er gesagt, was er will? Nein, das will er Ihnen nur persönlich sagen. Er ist der Meinung, dass es für Sie sehr wichtig ist. Das konnte stimmen, das konnte aber auch eine Falle sein. Dennoch sagte ich, ich werde mit ihm reden. Gut, einen Moment bitte. Im Hintergrund hörte ich einige Geräusche, bis eine raue Stimme mein Ohr erreichte. John Sinclair? Der bin ich. Das ist gut. Ich muss mit Ihnen reden und ich denke, dass es für Sie sehr wichtig ist. Und wer will mit mir sprechen? Ich heiße Jacques Aubry. Der Name sagte mir nichts. Franzose? Ja. Und was wollen Sie von mir? Das möchte ich Ihnen nicht am Telefon sagen und warum kommen Sie nicht hoch? Nein, Sie müssen kommen und Sie müssen eine Jacke anziehen, denn wir werden wegfahren. Ach, wohin? Wir werden in London bleiben, das kann ich Ihnen versprechen. London ist eine nicht eben kleine Stadt und ich hatte keine Lust, meine Wohnung zu verlassen, weil ich auch noch immer auf eine Nachricht aus Allee LeBan wartete. War ich mal unterwegs, konnte ich das vergessen. Bitte Meister, Sie müssen schon konkreter werden, um mich aus der Wohnung zu locken. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, zu dem ist mir Ihr Name fremd und ich... Sie kennen mich. Das überraschte mich. Äh, tatsächlich? Woher denn? Ich habe Sie erst vor kurzem gesehen, nur haben Sie mich nicht erkannt, weil alles zu schnell ging. Jetzt hatte er mir ein Rätsel aufgegeben und ich ging davon aus, dass er nicht log. Kein Mensch erschien mitten in der Nacht, um einem Fremden etwas vorzumachen. Es war alles schnell gegangen, hatte er gesagt. Ich dachte noch darüber nach, als er mir einen Namen sagte. Luigi Kraft. Jetzt wurde ich aufmerksam. Sie kennen ihn? Ich war dabei. Da machte es bei mir Klick. Wenn er dabei war und er Kraft kannte oder gekannt hatte, dann musste ich damit rechnen, dass er der Mann gewesen war, der aus dem Auto geschossen hatte. Dann haben sie ihn getötet, oder? Das muss ich gestehen. Ich holte erst mal Luft. Und jetzt sitzen sie selbst in der Tinte und wollen etwas wieder gut machen. Damals habe ich richtig gehandelt, aber es hat sich in der Ihrem Interesse, wenn Sie sich mit dieser Veränderung beschäftigten. Bisher hatte ich noch überlegt. Jetzt waren mir die letzten Zweifel genommen worden und meine Antwort stellte ihn zufrieden. Ich bin in kurzer Zeit bei Ihnen. Danke, Sie werden es nicht bereuen. Nach dem Auflegen schüttelte ich den Kopf. Ich sollte mich also mit einem Mörder treffen. Für einen Polizisten alles andere als normal, aber ich sah mich auch nicht als einen normalen Yardbeamten. Ich ging Fällen nach, die den Namen Normalität nicht verdienten. Ich streifte meine Jacke über und dachte kurz darüber nach, ob ich Suko einweihen sollte. Ich tat es nicht. Wenn wir zu zweit bei diesem Aubry erschienen, würde er vielleicht den Rückzug antreten. Außerdem hatte er nur nach mir verlangt. Ich ging zum Lift und ließ mich nach unten bringen. Der Hausmeister stand in der Halle, einen anderen Menschen entdeckte ich nicht. Was ist denn mit diesem Mann? Mit beiden Händen winkend kam der Hausmeister auf mich zu. Er wartet draußen. Sind Sie sicher? Das hat er mir gesagt. Gut, dann werde ich ihn wohl finden. Der Mann hielt mich auf. Mr. Sinclair bitte auf ein Wort noch. Okay. Fast flehentlich sah er mir ins Gesicht. Habe ich denn korrekt gehandelt? Das wird sich noch herausstellen, aber ich denke nicht, dass es ein Fehler gewesen ist. Danke. Schon gut. Es war alles gesagt worden. Wenig später hatte ich das Haus verlassen und sah den Mann vor dem Eingang stehen, der dort auf mich wartete. Er trug eine dunkle Mütze auf dem Kopf, eine Lederjacke, eine ebenfalls dunkle Hose und ein paar knöchelhohe Schuhe vervollständigten sein Outfit. So, ich bin hier, Mister. Soll ich Sie jetzt wegen Mordes verhaften? Das wäre schlecht für Sie. Seine Augen verengten sich. Sie sind doch an der Aufklärung des Falls interessiert. Schon, aber was haben Sie vor? Wir werden wegfahren, aber in London bleiben und nicht mal weit fahren müssen. Mein Wagen steht bereit. Und wohin fahren wir? Einfach nur nach Soho, an dessen Grenze wir uns befinden. Soho ist groß. Wohin? Machen Sie endlich Ihren Mund auf, Wieder zu einer Kirche, Mister Sinclair. Aha, das hatten wir doch schon. Genau, aber diesmal ist es die Templerkirche. Ende des ersten Teils. Ten May T 위 Ôs 把它 deux ve ve yo ve inch dois tú qué mi qué �� Untertitelung des ZDF, 2020